Es gibt Dinge, die sind lustig und es gibt Dinge, die sind nicht lustig. Lustig, mit dem Thema habe ich mich beschäftigt und damit ihr merkt, dass ich wirklich tief drin bin in der Materie, habe ich euch was mitgebracht und zwar etwas, das ich selber geschrieben habe, ein Lied und in dem Lied, da geht es darum, was ist lustig, was ist nicht, was ist gescheit und was ist blöd. Eins, zwei, drei ist lustig, vier, fünf, sechs nicht so, eins, zwei, drei ist lustig, vier, fünf, sechs nicht so, was sich reimt ist lustig, was nicht reimt nicht so, Werther ist ja lustig, Wallenstein nicht so, Würstel ist ja lustig, Salat ist nicht so. Eins, zwei, drei ist lustig, vier, fünf, sechs nicht so, eins, zwei, drei ist lustig, vier, fünf, sechs nicht so, eins, zwei, drei ist lustig, vier, fünf, sechs nicht so. Das dicke Kind ist lustig, das dünne Kind nicht so, Vogelstrauß ist lustig, Vogeltanz nicht so, der Vortrag der ist lustig, die Show ist... Was? Na? Die Show ist lustig! Die Show, die Die Show muss lustig sein, sonst wäre es ja gar schon, dann wäre es ein Vortrag, wenn es nicht lustig ist. Das heißt, dieser Abend da muss heute lustig werden, weil sonst haben wir da nicht eine Literaturshow, sondern einen Literaturvortrag. Und das wäre gar nicht gescheit. Das wäre blöd. Herzlich willkommen zu Roboter mit Senf, die Literaturshow. Aber Achtung, das ist jetzt noch nicht der offizielle Anfang, das ist noch vor dem offiziellen Anfang. Das ist unser gemeinsamer Moment, dass wir uns auf das Kommende einstehen können. Also von Ihnen und mir. Ich bin die Miri und ich bin halt für Sie da. Also nur für Sie, damit Sie sich besser auskennen. Und dafür werde ich immer wieder so dazu moderieren. Das heißt, wir zwei, Sie und ich, wir haben da heute einen inneren Monolog zu zweit. Ein Konzept, zwei Moderatoren und drei Gäste und das alles findet am Würstelstandel statt. Und wir haben da heute nicht irgendeinen Würstelstandel. Nein, wir haben heute einen Würstelstandel aus der Zukunft. Da kann wirklich die ganze Welt zusammenkommen, ein Bier trinken, ein Würstel essen und den Goethe lesen. So, unser Musiker, herzlich willkommen Julian Werl. Er liest heute was Lustiges, den Werter. Und er wird uns den ganzen Abend als DJ Goethe musikalisch begleiten. Und trotz Eskapaden bei der letzten Show ist auch wieder mit dabei unser Außenkorrespondent Martin Brachvogel. Diese Show muss lustig sein. Und das werden wir heute wieder in einem Wettbewerb auf die Probe stellen. Eins der lustigsten Feste des ganzen Jahres steht bevor. Es begeistert jung und alt, dick und dünn, klein und groß. Ja, ein Fest, das wirklich alle feiern. Ein Fest, bei dem alle Spaß haben. Ein Fest für alle, die gern lachen. Ein Fest, bei dem jedes Jahr die Witze wieder aufs Neiche eskalieren. Und bei dem sich die Straßen draußen in bunte Festseele verwandeln. Ein Fest, bei dem niemand verschont wird. Und bei dem allen schon die sierslate Marmelade von den Kropfen aus dem Heus ausgequillt. Der Fosching. Und wir haben unseren Außenkorrespondenten Martin Brachvogel nach Murek ins Kulturzentrum geschickt. Weil dort ist heute um 19.30 Uhr, findet heute eine erste Foschingssitzung statt. Und gegen diese werden wir heute antreten. Das heißt, wenn unsere Show da lustiger ist, als die lustige Foschingssitzung dort, dann haben wir es geschafft. Dann haben wir den Wettbewerb gewonnen und bewiesen, dass diese Show da lustig ist. Und damit war es für die Leute und die Mitte der Gesellschaft. Ja, die Foschingssitzung hat bereits begonnen um 19.30 Uhr. Martin Brachvogel ist schon dort. Hat sich wahrscheinlich schon unter die Leute gemischt. Ich würde sagen, wir schalten einfach mal rüber zu Martin Brachvogel. Hallo Martin. Hallo Meri, da bin ich wieder. Diesmal dann doch nicht ganz aus Murek, aber fast nämlich aus Graz. Ich bin einer wirklich plötzlichen, dringenden Eingebung gefolgt. Einer plötzlichen, dringenden Eingebung gefolgt. Und die führte mich in die eingeweidete Stadt, in den Grazer Schlossberg. Und hier besuche ich wen, na, wir können es eigentlich alle im Chor sagen, ja, den Grazer Stadt-Eremiten. Jeder und jeder kennt ihn und jeder und jeder weiß auch, wie man da hinkommt zum Eremiten. Nämlich mit der einzigen Möglichkeit der Grazer Märchenbahn. Und da ich zufällig über eine Fahrerlaubnis für die Grazer Märchenbahn verfüge, werde ich jetzt diesen Mann des Geistes besuchen und ihm stelle ich die Frage der Fragen. Ist Robert mit Senf lustig und damit auch was für die Leute und damit auch etwas für die Mitte der Gesellschaft? Ja, und da sind wir auch schon. Hier haben wir das gute Stück. Und diesmal ist das wirklich, also ich schwöre, es ist wirklich legal. Ich darf das fahren. Und Miri, an dieser Stelle möchte ich wirklich noch einmal meinen größten Respekt für dich ausdrücken. Und ich weiß, es war eigentlich was anderes ausgemacht. Und es hat auch mit deinem Buckel nichts zu tun. Wie du weißt, ganz im Gegenteil, ich finde deinen Buckel sehr, sehr ansprechend. Aber ich muss jetzt einfach diesen Eremiten sehen. Also bitte, bitte nimm es nicht persönlich. Okay, Martin, das erste Mal danke für dieses Kompliment. Ich werde das nicht persönlich nehmen. Aber Martin, ich muss dir schon sagen, wir haben das letzte Mal nach der letzten schon ausgemacht, dass du nicht mehr spontan während der Live-Übertragung endest, was ausgemacht war. Ja, das heißt, der ist nicht mehr Job, Wiesel, persönlich, wenn du jetzt einfach schon wieder Ja, änderst, was wir ausgemacht haben, spontan während der Show. Ja, ich weiß, ich weiß, Miri, ich weiß das sehr gut. Es ist mir auch sehr bewusst. Und ich arbeite auch an meiner Impulskontrolle. Aber diesmal hat es damit wirklich nichts zu tun, ich schwöre es. Ich war ja in Murek. Ich war ja dort. Ich war ja auf dieser Faschingssitzung. Und ich habe wirklich alle dort höflich gefragt, ob sie sich mit mir Roboter mit Senf anschauen wollten. Und nicht einer von diesen Schunkelfaschisten hat sich auch nur einen Hauch dafür interessiert. Und ich mag einfach nicht mehr die Leute dazu zwingen, sich diese Show anzuschauen. Oder willst du das? Nein, nein, niemand wird gezwungen. Alle, alle sind freiwillig da. Ich, das Publikum, der Techniker, oder Tom Grashecker? Ja, alle, wir alle sind freiwillig da. Und wir schauen gemeinsam, dass das ein lustiger Abend wird. Und diese Show muss lustig sein. Für die Leute, damit es die Leute gefreut. Für die Mitte der Gesellschaft, Martin. Das wird ein lustiger Abend. Aber Miri, muss sie das denn sein? Ja! Ist das denn wirklich nötig? Muss sie denn lustig sein? Ist das denn was überhaupt für die Leute? Interessiert das irgendjemanden überhaupt? Also die Muräkerinnen und Muräker interessiert das nicht. Die Darmstädterinnen und Darmstädter interessiert das auch nicht. Wie wir wissen, der ORF beantwortet nicht eine einzige Mail. Vielleicht ist das einfach nichts für die Leute. Vielleicht ist Roboter mit Senf nichts für die Leute. Vielleicht ist Literatur nichts für die Leute. Und vielleicht sind du und ich auch nichts für die Leute. Vielleicht gibt es nur dieses Karussell. Dieses Literaturkarussell. Das sich dreht und dreht. Die ganze Zeit einfach nur dreht. Und darauf sitzen dann Autorinnen und Autoren und Expertinnen und Experten. Und dann auch noch Leute wie du und Leute wie ich. Und den ganzen Tag drehen wir uns um uns selbst. Und wir unterhalten uns ganz angeregt. Und die ganze Zeit begründen wir ganz gut gelaunt, wie wichtig und wie unabdingbar Literatur ist. Und währenddessen zieht das Leben draußen einfach so an uns vorbei. Und du merkst, also Miri, ich bin wirklich fundamental irritiert. Und deswegen gibt es für mich wenig Alternativen, als diesen Eremiten jetzt zu sehen. Und deswegen bitte ich dich inständig um dein Verständnis, Miri. Bitte. Okay, Martin. Okay, Martin. Du hast mein Verständnis. Yes. Okay. Das heißt, wir treten heute doch nicht gegen die Faschingssitzung an. Obwohl das auch eine ganz gute Idee gewesen war. Sondern wir befragen jemanden, der nichts mit Literatur und auch nichts mit der Gesellschaft zu tun hat. Das heißt, wir haben da halt quasi einen neutralen Blick von außen. Wir befragen den Eremiten, wie lustig er diese Show findet und ob er dementsprechend die Show was für die Leute, also für die Mitte der Gesellschaft findet. Ich würde sagen, der Rahmen ist klar. Am Ende der Show wird uns der Eremit hoffentlich diese Frage beantworten. Das heißt, wir können beginnen. Ich gehe nochmal ab. Keine Angst. Ich komme dann gleich wieder. Und dann starte ich die Show. Viel Spaß. Viel Spaß. Untertitelung des ZDF, 2020 Herzlich Willkommen zu Roboter mit ZDF, die Literaturshow, heute zum fünften Mal im Literaturhaus. Immer weniger Menschen nehmen ein Buch zur Hand und lesen. Die häufigsten Feinde des Buches, Fernsehen, Internet, soziale Internetdienste etc. Und wir stören uns mit dieser Show, dieser Entwicklung entgegen. Wir bringen mit dieser Show Literatur wieder in die Mitte der Gesellschaft, also zu die Leid. Und deswegen muss diese Show lustig sein, weil lustig, das merken die Leid und die Leid sind meistens in der Mitte der Gesellschaft. Jetzt kommen die beiden Personen, die für diesen Abend verantwortlich sind. Sie haben im Kampf um die Aufmerksamkeit der Mitte der Gesellschaft diese Show bereits viermal moderiert, mit Witz brilliert und jeglichen Gegenwind ignoriert. Sie lieben Würsteln und geben auch heute wieder ihren Senf dazu. Herzlich Willkommen Daniela Striegel und Klaus Kassberger. Ja, herzlich Willkommen. Wir haben heute die allerbesten Gäste. Wir haben David Bröderbauer, der einen Debütroman geschrieben hat. Und mit dem wir die Frage klären werden, was hat Adalbert Stifter eigentlich am Truppenübungsplatz Allensteig verloren? Außerdem, guten Abend, kommt Kaudel Simon zu uns, Expertin für mancherlei und in den Medien bekannt. Und wir werden sehen, wie sie aus der Nähe ausschaut. Und wir haben Dirk Stermann, der genau weiß, wie so eine Show läuft. Es ist mal ein Rätsel, warum man in Murek nicht Dirk Stermann sehen will. Und wir werden mit ihm die Frage klären, was ist lustig und vor allem auch, braucht in diesem Land hier wirklich jeder Deutsche einen Österreicher an seiner Seite? Wir holen uns ein Bier. An dieser Stelle möchte ich jetzt gerne gleich nochmal zum Martin Brachvogel hinüberschalten. Er ist Schauspieler, Regisseur und heute Abend Außenkorrespondent. Er kennt die großen Bühnen der Welt und die Literatur aus Österreich. Er weiß über die Lustigkeit der Dinge Bescheid. Und er ist gerade auf dem Weg zum Schlossberg-Eremiten. Und jetzt möchte ich ihm wissen, ob er ihn schon erreicht hat. Und ich habe vorher kurz nochmal über die Frage nachgedacht, die uns die Eremit beantworten wird. Wie lustig ist diese Show, wenn man gedacht hat, die ist philosophisch. Weil, denkt mal drüber nach. Was ist überhaupt lustig und was nicht? Was ist gescheit und was ist blöd? Lieber Martin, wie ist bei dir die Lage? Ja, hallo Miri, es trifft sich wirklich sehr gut. Denn es dauert nicht mehr lange. In wenigen Sekunden müsste ich eigentlich vor Ort sein. Ja, voll. Genau. Ja, und da ist er auch, der berühmte Eingang vom Grazer Stadt-Eremiten. Ja, so. Ja, ich bin natürlich vorbereitet und habe eine Taschenlampe mit. Eine sehr abenteuerlich. Ja, ich hoffe, er macht nichts Ungutes. Also redet mir meine Existenz aus oder sowas. Oder bewirft mich mit Code. Jedenfalls, ja, ich, äh, ich, äh, ich, äh, ich kümm mich ja eigentlich wirklich überhaupt nicht aus. Aber irgendwo hier in der, was ist er jetzt schon wieder mit dem? Martin? Just kidding. Scheiße. Ähm. Martin? Ja! Ah, das ist, äh. Hallo. Entschuldigung. Ja, genau. Hi. Mein Name ist Martin Brachvogel. Ich bin der Außenkorrespondent von der Literaturshow Roboter mit Senf. Und ich hätte bitte einen Wunsch an Sie. Eine Bitte. Und zwar wären Sie bitte bereit, sich mit mir jetzt in diesem Moment, die läuft ja nicht jetzt gerade, diese Literaturshow live anzuschauen. Und dann hätte ich wirklich, es wäre mir ein großes Anliegen, wenn Sie mir danach Ihre unvoreingenommene Meinung dazu sagen könnten. Würden Sie das bitte tun für mich? Okay, ich interpretiere das jetzt einfach mal als ein Ja. Und deswegen, also, na, ja, so, okay, jetzt schauen wir mal, so, genau. Und hier habe ich einen Laptop, ja, und wenn jetzt alles gut geht, dann, da, genau, so, genau, ja, so, da. Ja, also das sind jetzt, das sind jetzt wir, das sind jetzt wir in der Show, weil wir jetzt gerade live zu dieser Show geschaltet sind. Aber das ist jetzt nicht so das Wichtige für mich. Worum es mir hier geht, ist das, was danach kommen wird. Und da würde ich wirklich, schauen Sie genau hin bitte dann, und sagen mir dann bitte danach, was Sie davon halten, was da gleich kommen wird. Und weil es wirklich darum geht, Miri gebe ich jetzt erst einmal zurück ins Literaturhaus. Und dann, ja, melde ich mich wieder mit einem Resümee von ihm, einem Zwischenresümee auf jeden Fall mal. Okay, super. Die Live-Übertragung steht. Der Eremit schaut uns live im Grazer Stadtberg zu. Das heißt, wir müssen uns jetzt nur mal bemühen, dass diese Show lustig wird. Das meine ich ganz ohne Druck. Auch für das Gespräch, was jetzt gleich kommen wird, zwischen den beiden Gastgebern über Neues aus der Literatur. Ja, was gibt es Neues in der Literatur? Wir sind am Anfang eines neuen Jahres. 2019 ist vorbei. War das ein gutes Jahr für die Literatur? Ja, eigentlich schon, oder? Aber gut. Andererseits, wir haben den Nobelpreis bekommen. Also ein Österreicher hat den Nobelpreis für Literatur bekommen. Ja, genau. Ist das jetzt gut oder schlecht? Es war offenbar nicht so gut. Es war nicht so gut? Ja, es war nicht alle so glücklich. Ja. Also es gibt ja eine neue Regierung. Das ist gut wahrscheinlich eher. Neue Regierung ist gut. Und es gibt eine neue Staatssekretärin und die hat gesagt, diese Entscheidung kann sie nicht nachvollziehen. Ja, wobei nachvollziehen... Kannst du sie nachvollziehen? Das Wort nachvollziehen finde ich interessant. Ja. Nicht? Also was heißt das eigentlich? Verstehen? Ja. Gut finden? Ja. Also ich finde es gut und ich verstehe es, aber ich verstehe auch, dass man es nicht gut findet. Ich meine, die Politiker, das ist ja so schwierig mit der eigenen Meinung, mit der Wahrheit. Ihr habt mal überlegt, was hätte denn die Ulrike Lunacek, die ja geschätzt wird von allen Seiten, wohl gesagt, wenn die schon am 10.10. Kulturstaatssekretärin geworden wäre. Hätte die sagen können, ich kann das nicht nachvollziehen? Oder was muss eine österreichische Repräsentant sagen, wenn ein Österreicher den Nobelpreis bekommt? Darf er dann die Wahrheit sagen? Also die subjektive? Nein. Sicher nicht. Nein. Darf man nicht. Wenn sie machen müssen dann, dann hätte sie doch gratulieren sollen eigentlich. Ja. Es ist schwer zu sagen, ich kann dich nachvollziehen, aber herzlichen Glückwunsch. Das geht nicht. Also man muss sich überlegen. Und außerdem, ich muss sagen, obwohl ich sie wirklich sehr schätze als Europapolitikerin, aber sie hat ja noch was gesagt. Ja, aber bleiben wir noch kurz bei Handke. Du bist ja eingeladen, es gibt ein Essen beim Herrn Bundespräsidenten für Peter Handke, also der kann das offensichtlich nachvollziehen. Wird dann die Lunacek da sein? Da bin ich überfragt. Und sagen, sie kann das nicht nachvollziehen, dass sie da ist? Keine Ahnung. Ja. Also wenn sie sich hintraut, vielleicht wird sie dann noch neben den Handke gesetzt. Aber das zeigt auch den Druck auf die Politikerin, weil die müssen manchmal lügen, ganz einfach. Also aus strukturellen Gründen. Aber das Zweite, sie hat nicht nur gesagt, und das war ja das erste Statement, das war ja so spannend, dass das erste Statement in ihrem Amt war, und dann sagt sie einerseits das, und dann sagt sie, wo sie ja völlig recht hat aus meiner Sicht, sagt sie, Bob Dylan findet sie langweilig. Ja, komisch, das finde ich wieder problematisch. Ja, das ist ja auch ein Nobelpreisträger für Literatur eigentlich. Sie hat nicht nur gesagt, sie findet Bob Dylan langweilig, sie war in einem Konzert, und das Konzert war langweilig. Und da warst du auch bei diesem Konzert. Du bist nicht nur beim Bundespräsidenten, sondern auch bei dem Konzert. Es gibt mehr Parallelen zwischen Bob Dylan und Handke, als man sich so denkt. Ja. Die Typen sind sich nicht so fern. Aber das Konzert war überhaupt nicht langweilig, sondern er hat einen Wutanfall bekommen, weil er dauernd fotografiert wurde. Das war auch sonst nicht langweilig, aber dieser Wutanfall hat dann auch Karriere gemacht im Internet, weil er wirklich denen angegangen ist und zum ersten Mal sein Publikum angesprochen hat, seit Jahrzehnten, direkt. Aber wurde der vorher noch nie fotografiert? Wahrscheinlich nicht so heftig. Also in Wien ist ihm der Kragen geplatzt. Und er hat gesagt, er spielt nicht weiter, wenn das so weitergeht. Aber jetzt wollte man ja die Frage klären, war das jetzt ein gutes Jahr 2019 oder ein schlechtes für die Literatur? Also wir haben einen Nobelpreisträger mehr. Ja, aber das ist ja keine so schlechte Ausbeute. Aber ich glaube, es kann eigentlich nur noch besser werden. Es wird besser. Es wird besser. Und man weiß auch, dass es besser wird. Ich habe mir nämlich die Mühe gemacht, das neue Regierungsprogramm durchzuschauen. Und dort kommt der Begriff Kultur. Es hat Regierungsprogramme gegeben in Österreich, da kam Kultur gar nicht vor. Im neuen Regierungsprogramm kommt der Begriff Kultur 23 Mal vor. Und das Wort Literatur einmal. Ja, das ist doch besser als nichts. Und ich habe das auch rausgeschrieben. Da heißt es, der Eins, also wenn man gefordert wird, oder das ist ein Programmpunkt, man will sich verständigen auf den Einsatz von künstlicher Intelligenz zur Unterstützung gerichtlicher Entscheidungen durch automatisierte Literaturrecherche. Naja, gut, das ist vielleicht nicht so. Da wird das Literaturhaus wahrscheinlich nicht profitieren direkt. Ich meine, solche statistischen Auswertungen, da braucht man immer Referenzen. Ich habe mir dann angeschaut, das vorhergehende Regierungsprogramm, das war das Regierungsprogramm der türkis-blauen Regierung. Und da kam das Wort Kultur 107 Mal vor. Und auch in so Zusammenhängen wie kulturell bedingte Gewalt. Also man hat mit Kultur nicht das eigene, sondern eher das Fremde gemeint. Also diese statistischen Auswertungen. Ich meine, es gibt ja in unserer Wissenschaft so Empirie, also es sagt eigentlich gar nichts. Also da kam es 13.107 Mal vor. Und auch das Wort Literatur kam einmal vor. Und es kommt aber im neuen Regierungsprogramm das Thema Literatur vor, ohne dass das Wort vorkommt. Aber mit der Schule? Nein, mit der Schule auch. Das kommt aber nicht im Regierungsprogramm vor. Aber man will einen Nachwuchspreis gründen für junge österreichische Autorinnen und Autoren. Man hat nicht gesagt Literaten. Findest du das Wort Literaten eigentlich gut? Na, wieso ist das? Na, wenn jemand sagt, der Literat... Das hat eigentlich seit der Zwischenkriegszeit einen ganz schlechten Beigeschmack. Aber es wird immer gegen die Dichter gehalten. Die Dichter sind die richtigen Schriftsteller. Und die Literaten, das sind so Schmierfinke. Aber weil in der kleinen Zeitung kommt immer das Wort Literat. Das sollten sich vielleicht mal mit den 20er und 30er Jahren des 20. Jahrhunderts beschäftigen. Okay. Gut, dass du das so sagst. Und jedenfalls, man will einen Literaturpreis für Nachwuchstalente. Und dann hat man wahrscheinlich gesucht. Ich meine, das war ja alles hektisch und 27 Untergruppen. Und dann muss da irgendwie ein Name her. Also wie kann denn ein Literaturpreis für Nachwuchstalente in Österreich heißen? Es gibt ja schon so viel. Also es gibt ja, ich weiß nicht, es gibt ja Preise. Paul Jandl, Ernst Jandl-Preis und alles Mögliche. Und du weißt, auf wen er gekommen ist. Und mir hat es ein bisschen gerissen eigentlich. Er ist eigentlich der einzige Berühmte, nach dem es noch keinen Preis genannt hat. Ja, aber er ist auch der einzige Berühmte, der sich eigentlich dadurch auszeichnet, dass er eine völlige Ignoranz dem literarischen Nachwuchs an den Tag gelegt hat. Und dass er auch eigentlich nur mit sich selbst beschäftigt war. Und man hat auf jeden Fall gesagt, dieser Preis soll Thomas Bernhard-Preis heißen. Und das hat sich Ulrike Lunacek ausgedacht? Das weiß ich nicht. Na, die war ja gar nicht im Verhandlungsstil. Das war ja noch die Bliemlinger eigentlich. Das ist ihre Rache. Aber gute Idee. Na ja, nicht wirklich. Warum gerade für Nachwuchs? Ja, weiß ich nicht. Man hat ja den Erben nicht gefragt, weil der ist ja sicher dagegen. Der klagte das nieder. Der wollte ja, der Peter Fabian, also der Halbbruder von Bernhard, der das Erbe angetreten hat, der wollte ja sich das Wort naturgemäß schützen lassen. Also der hat wirklich angefragt, ob das geht, dass man naturgemäß schützt. Und jedes Mal, wenn jemand naturgemäß sagt, dann klingelt sozusagen der Beutel und es geht in die Nachlassverwaltung irgendwie. Ja, also von dem muss man sich dann natürlich hüten. Aber die Regierung hat das nicht gewusst. Die ist der Blauäuge hineingestolpert in diese Sache. Also ich bin gespannt, ob so den Thomas Bernhard-Preis geben wird und wer da klagt und ob der naturgemäß dann an irgendjemanden geht. Aber es gibt wirklich eine gute Nachricht. Und du hast das schon angesprochen. Literatur soll in der Schule wieder vorkommen. Der neue und alte Bildungs- und Wissenschaftsminister, Herr Fassmann, hat gesagt, auch in einem Interview in der kleinen Zeitung, ich lese ja seit ich in Graz bin eigentlich nur mehr in der kleinen Zeitung. Liest du sonst auch noch was? Gibt es den Standard eigentlich noch? Naja, ich muss zugeben, den lese ich selber sehr selten. Sondern? Die Presse, gibt es das noch? Gibt es überhaupt noch eine Medienlandschaft? Also ich lese in der kleinen Zeitung, sagt Fassmann, er ist jetzt draufgekommen, er hat sich diese Zentralmatura angeschaut, die neue Deutschmatura und er ist draufgekommen, Sprache kommt nur mehr in technisierten Zusammenhängen vor und es wäre doch nett, wenn bei der Matura wieder Literatur vorkommen würde. Also Wärter oder so irgendwas. Das ist doch ein guter Gedanke. Das ist ein guter Gedanke, aber es gibt eine zweite Tendenz. Literatur vereinfacht. Einfache Sprache. Einfache Sprache. Ja, genau. Einfache Literatur. Kafka wird einfacher gemacht, als es ist. Und das heißt, man könnte das natürlich dann kombinieren für die Matura, wenn alle Stricke reißen. Also nicht einfach so ein Gedicht vom Jandl, sondern ein einfaches Gedicht. Jandl hat ja schon eine heruntergekommenen Sprache geschrieben und diese heruntergekommene Sprache wird dann noch einmal vereinfacht und dann sind alle glücklich eigentlich. Ja, dann ist die Literatur echt in der Mitte der Gesellschaft oder noch weiter unten. Ja. Genau. Wolltest du noch was sagen? Ja, diese mit der Schneeflocke wollte man irgendwie noch ansprechen. Die Schneeflocke. Ja, ja, ja. Wir sind am Puls der Zeit hier. Ganz neu in den Fans. Ich habe was gelernt heute. Die Generation Schneeflocke. Ich weiß nicht, ob ihr es schon gehört habt. Es gibt eine neue Generation. Generation Golf und Generation X und Generation Y. Jetzt gibt es die Generation Schneeflocke. Snowflake. Kommt aus dem Englischen. Also ich habe zuerst gedacht, das ist irgendwas mit Sport, aber nein. Nein. Spielt auch in der Literatur eine Rolle, ja. Das sind zartbeseitete junge Menschen. Genau. Die sich öffentlich als zartbeseitete inszenieren. Ja. Und Zusammenbrüche bekommen, wenn jemand etwas sagt, was sich nicht gehört. Genau. Und die dann auftreten bei Diskussionen, Weinkrämpfe bekommen und sagen, das geht nicht. Also so wie ihr redet. Also es ist gesagt worden, die Generation Schneeflocke sei sie die eingefrorene Art von Political Correctness und das spielt sich auch in der Literatur ab jetzt. Es hat eine Diskussion gegeben beim Literaturfonds, 40 Jahre, beim Deutschen Literaturfonds und das sind diese Schneeflocken, die sind allesamt in Hildesheim, werden die ausgebildet jetzt. Es gibt so einen eigenen Schneeflockenkurs dort irgendwie auch und eine sehr renommierte Kritikerin, die Mara Delius, die die literarische Welt leitet, die hat ein Buch zitiert, der Nega Wumbala, ja. Und allein die Tatsache, dass... Aus den 50er Jahren. Aus den 50er Jahren und allein die Tatsache, dass dann jemand gelacht hat, hat eine Schneeflocke zum Schmelzen gebracht und Ijoma Mangold, Kritiker bei der Zeit, hat gesagt, das dürfen wir nicht, darüber dürfen wir uns nicht lustig machen. Das ist ein ernstes Thema, weil diese Hildesheimer Schneeflockenklasse, das sind die Autorinnen in fünf Jahren und dann haben wir die und dann sind die ein Faktum. Da freue ich mich ja schon auf diese Literatur. Ja. Genau. Es wird eigentlich immer bedrohlicher, was da für Geräusche sind. Ich glaube, wir haben uns schon total unbeliebt gemacht mit der Regie, weil wir jetzt einfach geredet haben. Ja, wir hören jetzt auf und... Wir hören auf und bestellen uns doch ein Bier. Genau. Und es ist Zeit für unseren ersten Gast. Was werde ich, wenn ich einmal groß bin? Für unseren ersten Gast gab es auf diese Frage immer nur eine Antwort. Heute hier bei uns am Wirschlustandl, weil am Wirschlustandl kommen die Leute zusammen und wir kommen mit Cordula Simon zusammen. Als Jugendliche hat sie bereits bei der Jugendliteraturwerkstatt in Graz mitgemacht. Als 26-Jährige hat sie ihren ersten Roman, den Potemkin'schen Hund, geschrieben und als Nominierte für den Bachmannpreis ist sie 2013 nach Klagenfurt gereist. Pendeln zwischen der Ukraine und Österreich lässt sie schreiben die Welt untergehen. Ihr Hang zur Apokalypse hält sie jedoch nicht davon ab, sich an zwei Orten gleichzeitig zu Hause zu fühlen. Und ihre Mitgliedschaft bei der Grazer Literaturgruppe, die Plattform, hält sie wahrscheinlich auch nicht davon ab, immer wieder in Graz vorbeizusehen. Wie alle ihre bisherigen Romane hat auch ihr Neuester, der Neubauer, Witz, Tempo und überraschende Wendungen. Ich hoffe, diese Abendheit hat auch Witz und Tempo, aber keine überraschenden Wendungen. Herzlich Willkommen Cordula Simon! Herzlich Willkommen! Wir haben immer Spezialwürste. Currywurst, Dackelblutwurst, Frankfurterwurst oder Faschingswurst Spezial. Nein, danke. Gar nichts davon? Nein, nichts davon. Also nur eine Semmel? Nein, ich bin total überfüttert. Mein Vater hat das Kochen entdeckt, seit er in Pension ist und ich habe vorher französische Zwiebelsuppe, riecht man es nicht? Nein, es muss ja nicht sein, aber vielleicht ein Bier? Ja, okay. Ein Bier? Dann wären wir eigentlich schon so weit, dass wir zum Spiel übergehen können. Moment, Moment, Moment. Spiel. Unser erstes Spiel. Die Wurst im Buch. Ja. Es entgehend der Wurst nicht. Okay. Ein Spiel, in dem Gast und Gastgeber gegeneinander antreten. Sie stehen schon bereit am Würstelstandl. Ich stehe da bereit mit einem Sack voll mit Büchern und der Frage, wie oft findet sich die Wurst in dem Buch? Das funktioniert dann so, dass ich jeweils den Titel und den Autor des Buches vorlesen wird und Gast und Gastgeber müssen dann raten, wie oft das Wort Wurst in dem Buch vorkommt. Achtung, es zählt nur das Wort Wurst, nicht Würste, auch nicht Würsteln und auch nicht Würstchen, nur Wurst. Gast und Gastgeber haben dann zehn Sekunden Zeit, das zu überlegen, schreiben dann die geratene Anzahl auf die Serviette, die vor Ihnen liegt und halten die in die Kamera. Wer näher dran ist an der tatsächlichen Anzahl, kriegt einen Punkt. Ihr habt da fünf Bücher drinnen, das heißt fünf Runden. Wer dann mehr Punkte hat, gewinnt das Spiel. Dann fehlt jetzt nur noch, dass der Gast Simon aussucht, gegen welchen Gastgeber sie antreten möchte. Kleiner Tipp, da wo man sich die besseren Chancen erwartet. Nein, 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 nein. Ich mache das anders. Ich werde gegen die Daniela Striegl antreten, weil ich die starke Hoffnung habe, dass der Klaus gegen den Dirk Stermann verliert, was auch immer es ist. Nie mehr, super. Damit haben wir Gast Simon gegen Gastgeberin Striegl. Sie sind bereit am Würstelstandl. Dann würde ich sagen, wir starten mit dem ersten Buch. Der zerbrochene Krug von Heinrich von Gleist. Wie oft findet Sie das Wort Wurst in diesem Buch? Zehn Sekunden. Krug und Wurst. Ich sehe einmal vier und einmal zwei. Es findet Sie mindestens einmal zum Beispiel in dem Satz. Die erste Magd sagt Schweinbraunschweigerwurst, Herr Richter. Und insgesamt zweimal damit hat unser Gast einen Punkt. Ich bin gut im Raten, wer hätte das gedacht? Unser nächstes Buch. Hans Wursts Hochzeit, der Lauf der Welt. Ui. Ein mikrokosmisches Drama von Johann Wolfgang von Goethe. Zehn Sekunden Zeit. Jetzt habe ich es nicht gesehen. Bitte Nummer hinhalten. 178 und 17. Man findet das Wort Wurst 28 Mal. Damit geht ein Punkt an die Gastgeber. Unser nächstes Buch. Miri, das schelmische Äffchen. Eine Geschichte aus dem Affenwald. Erzählt von Vera. Zehn Sekunden. Diese zweimal, einmal, in Wirklichkeit findet man gar nicht das Wort Wurst. Nein. Das Wort Miri 128 Mal. K-Punkt für Kahn von die beiden. Unser nächstes Buch. Kochbuch für Studenten, Anfänger und Berufstätige. 250 plus einfache, schnelle, leckere und gesunde Rezepte für den Alltag. K-Autor. Zehn Sekunden. Sind 39 und 23. Die richtige Antwort ist viermal ein Punkt für den Gast. K-Autor. Und unser letztes Buch. Johann Nestreu, der Talisman. Zehn Sekunden. Ui. K-Autor. Sie einmal vier, einmal sieben. Es kommt gar nicht vor, damit ein Punkt an den Gast. Wir haben damit einen klaren Gewinner und sie gewinnt ein kleines Suchspiel für zu Hause. In der Zeitschrift kommt das Wort Wurst einmal vor. Viel Spaß beim Suchen. Großen Applaus für die Gewinnerin. Gratuliere. Noch eins weiter, danke. Habt ihr die ganze Wurst aufgegessen? Na ja, eine halbe von meiner. Na gut. Ich muss so eine teilen. Ja, momentan. Es wird aber besser. Mir stand da eine zu. Da könntet ihr noch. Kommt schon, kommt schon. Also aber jetzt ganz ernsthaft. Sie sind ja, wurde schon angesprochen, also eigentlich eine Spezialistin für die Apokalypse und als solche literarisch bekannt. Aber das neue Buch ist ganz was anderes. Der Neubauer. Haben Sie sich gedacht, Sie wollen mal weg von diesen düsteren Welten und von diesen Weltuntergangsstimmungen? Ich meine, es ist zwar ein durchaus schwarzer Humor, aber es ist kein düsteres Buch. Nein, das ist so aus mir rausgeflutscht, weil ich wollte der Generation Snowflake, die so viel Angst vor Mikroaggressionen hat, auch mal eine Makroaggression bieten. Das ist ein richtiger Ungustel, kann man sagen. Ja. Der auch durchaus dazu steht. Er hat eine faszinierende Eigenschaft. Wenn er Alkohol trinkt, dann kann er die Gedanken seiner Mitmenschen lesen. Das wäre heute vielleicht wirklich gefährlich. Ja, nein, das meint er. Aber was hat er davon? Es ist so, dass die Figur, der ist ja schon ungut, aber an sich ist es so, dass der einfach sehr grantig auf seine Umwelt ist, weil er gewisse Dinge, die die haben, nicht hat. Und die regen sich immer auf, dass alle anderen so privilegiert sind und die glauben auch, dass er so privilegiert ist. Und wenn man es am Ende runterbricht, gibt es ja nur ein Privileg und dass es Geld haben oder nicht Geld haben. Also im kapitalistischen System sind wir einfach in dem gefangen. Und es ist völlig egal, welches Geschlecht man ist oder wo man herkommt, ob man jetzt grün, blau, braun, sonst was ist. Es ist völlig egal. Wenn man Geld hat, kann man Probleme aus der Welt schaffen. Und wenn man es nicht hat, kann man es nicht. Und das ist sein Problem. Und deswegen ist er so extrem. Wieder auf diese Snowflake, Leute. Ich meine, das ist ja, dieses Snowflake-Ding kommt ja ein bisschen von dem, dass jeder ist ein Individuum, jeder ist eine einzigartige Schneeflocke. Und Schneeflocken sind ja alle anderen. Das ist gemeint. Ja, genau. Das Problem ist nur, das kann man ja auch nicht beweisen, weil keiner kann sich alle Schneeflocken angeschaut haben. Also das ist ja jetzt im Bierisch nicht mehr. Aber ich habe geglaubt, das ist, weil Schneeflocken so empfindlich sind und so schnell zu... Ja, nein, das ist dann, was daraus resultiert, dass diesen Opferduktus und sich selbst als Opfer von insbesondere sprachlicher Gewalt verstehen, wobei ich das auch sehr kritisch sehe, dass Sprache jetzt Gewalt sein kann, weil dazu muss jede Sprache immer Handeln sein. Ich denke, das macht schon einen Unterschied, ob man wirklich Gewalt ausgesetzt ist oder auf nur Sprache. Ja, eindeutig. Also ich finde, da liegen Welten dazwischen. Wäre das Buch eigentlich was für die Mureka-Fasching-Sitzung? Das weiß ich nicht, aber ich bin total froh, dass wir nur mit den Eremiten konkurrieren. Für den Eremiten eher. Das weiß ich nicht. Das Buch ist ja nicht unlustig. Wir haben ja zum Beispiel einen Spruch herausgenommen, nur schlechten Menschen geht es wirklich gut. Ja, ja, ja. Schlechten Menschen geht es immer gut. Geht es immer gut. Wie sind so die, wenn du das vorliest, so ein Typus, der erzeugt auch für Heiterkeit, wenn man den so literarisch vorführt auch? Ja, teils, teils. Das kommt darauf an, was man vorliest. Ich glaube, meine großartigste Lesung war in Salzburg, wo eben eine andere Autorin war, die hat so ein bisschen was Schnulziges geschrieben. Die hat auch irgendeine kleine Liebeskolumne irgendwo. Und dann ist es so, dass wir da... Wer war denn das? Ich weiß nicht, ich habe den Namen vergessen. Gut, dass ich nicht gut bin mit Namen. Ist wahrscheinlich besser für mich. Ich habe auch ein bisschen Proso-Pagnosie. Jedenfalls ist es so, dass... Das war mein absolutes Antipublikum, weil die wollten alle dieses Schnulzending hören. Und am einen da die Moderatorin, ich soll die Stelle mit der Katze vorlesen, wo die die Katze trifft. Das ist einfach so, naja, Katzen sind halt... Aber da hört sich der Spaß auf, oder? Unglaublich knuffige, niedliche, flauschige Tiere, gefüllt mit Hass. Und das ist schon sehr schön. Und es ist aber so, dass dieses Kapitel damit beginnt, dass eine Person kennenlernt, die einen Smoothie-Maker hat und ihn mit Grünzeug füttern will. Es ist einfach so, dass beim Wort Smoothie-Maker haben noch alle gelacht, bei den Chia-Samen haben noch alle gelacht, beim Wort Öko-Schlampe war schon ziemlich still im Raum. Das kommt aufs Publikum an. Ja, aber das ist völlig verrückt, ich meine, das ist das 21. Jahrhundert, wir sind alle Öko-Schlampe, jeder hat seine Smoothie-Maker, jeder hat seine Chia-Things, was da haben. Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, was das ist, aber ist egal. Das ist schön für dich. Aber ich wollte fragen, wie das ist, wenn man aus Odessa kommt und eine Zeit, viel Zeit in Odessa verbracht hat, führt das vielleicht zu einer gewissen Abhärtung? Ich meine, kann einen dann noch irgendwas hier erschüttern? Nein, man freut sich so über alles, man freut sich so über das Leitungswasser, das man trinken kann und solche Sachen, also das ist schon sehr schön. Oder dass man in der Nacht durch den Stadtpark gehen kann, kann man? Nein, das kann man dort auch. Kann man auch? Nein, da gibt es so viele Straßenhunde, die Männer einfach prinzipiell hassen, weil die Frauen in der Stadt sie füttern, dass sie jedem Mann, der einem entgegenkommt, gleich machen. Man hat immer eine Kohorte. Ist okay. Ich meine, du kommst aus Graz, du lebst jetzt wieder in Graz. Ich bin seit fünf Jahren da und seit ich in Graz bin, mache ich eigentlich für alles, was schief geht in meinem Leben, Graz verantwortlich. Ja, deswegen bin ich auch zurückgekommen. Ja, in Odessa kann man schwer für irgendwas verantwortlich machen, aber Graz ist eigentlich wirklich so ein Sündenbock irgendwie. Weil die Daniela auch angesprochen hat, dass in deinen Büchern in einigen so Weltuntergangsszenarien, Apokalypsen eine Rolle spielen. Jetzt gibt es eine zweite Autorin, die Valerie Fritsch und einen dritten Autor, den Clemens Setzt. Die tut man auch alle so irgendwie, ist das so ein Thema, wo Graz schuld ist? Also dass ihr da alle irgendwie immer so grause Untergangsfantasien habt? Oder das ist ein Kontrastprogramm? Das weiß ich jetzt gar nicht, ich habe keine Ahnung. Ich meine, vielleicht ist Graz zu gemütlich. Manchmal will man einfach nur Sachen anzünden und wenn es nur sprachlich ist. Und da hast du in Odessa und in Graz das gleiche Gefühl gehabt oder hat sich das entwickelt? Das sind ja auch sehr ähnliche Städte irgendwie. Also das Verhältnis von Graz zu Wien ist ja ein bisschen so ähnlich wie das von Odessa zu Kiew. Und das von Österreich zu Deutschland ist ein bisschen ähnlich wie das von der Ukraine zu Russland. Also vor dem Krieg halt, das war jetzt nicht so. Vielleicht sollte man das nächste Mal gegen die Fasching-Sitzung in Odessa antreten. Gibt es dort Fasching? Tatsächlich gibt es so ein riesiges Festival am 1. April, wo jeder Odessit war. Da geht man nicht am Haus. Odessit? Odessit? Da haben wir wieder was gelernt. Odessit? Und das ist einfach so, dass die am 1. April haben sie den Tag des Humors. Und das ist ein bisschen so wie da das Aufsteirern. Das heißt, aus der ganzen Provinz kommen die ganzen Leute und betrinken sich in den Straßen. Und alle sind kostümiert und sonst was. Und man geht da als Odessit eigentlich nicht drauf. Also Wien gerade beim Aufsteirern, ja. Ja, gut, dass man nicht gegen die antritt. Dabei hat man da eh relativ viel Platz. Weil Jekaterina hat ja ganz große Angst gehabt, dass sie ihre Stadt geplant hat vor einer Revolution. So ganz breite Straßen, acht Meter breite Gehsteige und Kastanienbäume und so. Barrikadenbau ist schon schwierig dort, glaube ich. Ich glaube, das wäre in Graz total einfach. Krassesteine gibt es auch viel voll. Aber das ist eine schöne Vorstellung, dass dann in Odessa plötzlich beim Aufsteirern alle so diese große Treppe hinunterfallen da irgendwie. Gibt ja diese berühmte Treppe in Odessa. Ja, aber da sind so viele Leute, da kann man gar nirgends fahren. Da kann man gar nirgends fahren? Und da sind immer viele Leute, ja. Du bist ja viel im Betrieb unterwegs. Einer deiner Einstiege war der Bachmann-Preis. Heute habe ich erst erfahren, dass die Daniela ja dich nominiert hat. Also du bist viel unterwegs. Und Graz hat ja doch noch irgendwie so eine Punzierung als Literaturstaat, auch so als Avantgarde-Staat. Machst du so die Erfahrung, dass du als Autorin, die jetzt aus Graz kommt, es vielleicht irgendwie einfacher hast, als wenn du zum Beispiel aus Duisburg wärst? Das könnte ich gar nicht sagen. Das weiß ich nicht. Ich habe keinen Vergleich. Ja gut, vielleicht können wir das noch vertiefen, weil wir haben ja heute einen Autor auch da, der ist aus Duisburg. Ja, nein, das weiß ich nicht. Aber ich meine, ich habe schon ein bisschen den Eindruck, dass wir schon ein bisschen weltberühmt in Graz sind. Aber nur in Graz. In Graz ist man sehr stolz auf die Grazer Literatur, sobald man von außerhalb kommt. Und wenn keiner von außerhalb dabei ist, dann ist natürlich alles scheiße. Genauso ist es auch für die Grazer Autoren. Grundsätzlich schreibt man über alles, als wäre alles scheiße. Aber wenn irgendwer anfängt, das zu beleidigen, dann wird er hergefotzt. Aber das ist eigentlich eine Definition von Österreichertum auch. Ja, doch. Ja, da ist halt gerade sowas wie der Nukleus des Österreichertums. Ja, das könnte schon sein. Ich glaube, wir könnten jetzt noch ein Bier bestellen. Wir könnten ein Bier vertragen. Und bevor ihr jetzt den nächsten Gast anmoderieren werdet, schalten wir kurz zu Martin Brachvogel in den Grazer Schlossberg. Hallo Martin. Ah, ja, also das sind jetzt wieder wir. Und das bedeutet, dass wir jetzt wieder live dazu geschaltet sind. Ja, ich wäre bereit für, wir alle, glaube ich, wären bereit für ein kleines Zwischenresümee. Und? Ist das relevant? Ist das lustig? Passt das in die Mitte der Gesellschaft? Oder anders gefragt, wo überhaupt ist die Mitte der Gesellschaft? Oder noch besser, was überhaupt ist Literatur? Hm? Nein, 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 das geht noch weiter. Also das war jetzt nur ein Zwischenresümee, das ich wollte. Wir müssen die... Okay, ich weiß nicht, ich verstehe. Fuck. Es ist scheiße. Es ist alles eine Scharlatanerie. Es ist eben, ja, es ist alles fake. Es ist ein... Hortus conclusus. Es ist also Hunde und Bildungsverne müssen draußen bleiben. Ich wusste es. Äh, was ist... Was soll jetzt... Was... Wo gehen Sie jetzt bitte? Können Sie... Können wir vielleicht noch ein bisschen reden oder sowas? Dürfte ich vielleicht... Hallo? Können Sie sich doch wenigstens... Können Sie wenigstens verabschieden, das... Das Arschloch. Hallo? Äh... Okay, äh... Na gut, ich, äh... Es könnte sein, dass ich das alles nicht so richtig interpretiert habe. Also offensichtlich will er, dass ich irgendwo hin mitkomme. Ich meine, vielleicht fand er die Showoff gar nicht so scheiße, wie ich dachte. Also eigentlich hat er gar nicht reagiert. Aber, ähm... Mit, äh... Äh... Da ist er. Äh, also mit, mit, äh... Also, äh... Also vielleicht hat er sich ja innerlich kaputt gelacht. Ich gehe da jetzt einfach mal mit. Offensichtlich will er mir irgendwas zeigen. Und, ähm... Genau. Und bis ich auch nur, äh... Ich meine, es ist ein bisschen unheimlich, aber ich habe Pfefferspray mit. Und bis ich auch nur im Ansatz begriffen habe, was hier eigentlich abgeht, äh... Gebe ich erst einmal zurück ins Literaturhaus. Okay, Martin. Danke. Das heißt, wo ich da, Eremit verfolgt, diese Show jetzt nicht mehr live. Das ist blöd. Weiß ich jetzt auch nicht genau, wie das lustig finden soll, oder nicht? Vielleicht machen wir einfach weiter mit Musik. Umbaumusik. Umbaumusik. Umbaumusik für die Lesung, die Wasserglaslesung. Es passiert da jetzt gerade ein kleiner Umbau. Während ich die Jalousie runter getan habe, kommt der Roboter aus dem Würstelstandl raus und der neue Gas kommt unbemerkt ins Würstelstandl rein. Wer das jetzt gern hätte, dass das Überraschung ist, kann er gern die Augen zumachen. Musik. 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 Die Biologie hat unseren zweiten Gast bereits zur Forschungsreise nach China und Costa Rica gebracht. Die Biologie hat es auch als Spezialwissen in seinen ersten Roman geschafft. Heute hier bei uns am Wirstelstandl, weil am Wirstelstandl kommen die Leute zusammen und wir kommen mit David Bröderbauer zusammen. Sein Leben widmet er der Biologie und dem Schreiben. Sein Debütroman widmet sich den großen Themen Flucht, Fremdenfeindlichkeit, Freundschaft, Identität, Religion, Landflucht, Naturschutz, Liebe. Liebes Publikum, während in seinem Roman die Frösche unbeeindruckt in feuchten Granat tricht an Leichen, liest heute hier für uns David Bröderbauer. Guten Abend. Das Zelt war schon ziemlich voll. Die Zeltwände waren mit Werbeplakaten von Firmen aus der Region geschmückt. Raumausstattung, Elektronik, Tischlerei. Die Coverband öffnete gerade ihren Auftritt mit Schenk mir diese eine Nacht. Zu Beginn wurde immer noch etwas leicht verdauliches gespielt. Für die älteren Semester, die zum Tanzen kamen und um zehn schon wieder nach Hause gingen. Ulrich war nie dahinter gekommen, warum er bei Schlagermusik immer auf Selbstmordgedanken verfiel. Keine andere Stilrichtung hatte eine derart vernichtende Wirkung auf ihn. Er schaute auf die Tanzenden mit den speckigen Nacken und den faltigen Oberarmen, verbeulte Körper in viel zu engen Oberteilen, die gefühlvoll im Takt schunkelten. Es gab nichts Scheinheiligeres als Schlagermusik. Vielleicht lag es daran. Der Schlager gab sich keine Mühe, seine Scheinheiligkeit zu verbergen. In gewisser Weise war er dadurch ehrlicher als jede andere Kunst. Er öffnete dem Zuhörer die Augen dafür, wie verlogen das Leben war. Es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Das war die Botschaft für diejenigen, die genau hinhörten. Unter dem flachen Zeltdach hingen die Ankündigungen der nächsten Feste. Das Sportlerfest in Abesberg, das Dirndlfest in Schweiken, Feuerwehrfeste in Wurmbruch, Hörmann zum Grundholz. Ein Weidefest, ein Sommerfest. Jede Woche ein neuer Vollrausch unter einem anderen Namen. Über der Essensausgabe hing eine Werbung vom Herz-Kreislaufzentrum in Groß-Gerrungs. Dahinter drehten sich in einem überdimensionierten Ofen die Grillhühner. In Fünferreihen auf Spießen montiert, kreisten sie um die eigene Achse, bis ihre Haut von den Heizstäben braun und knusprig gebrannt war. Der Grill war das natürliche Ökosystem dieser Hühner, wie es ihnen der Mensch auf seiner Welt zugewiesen hatte. Ein paar Stunden später war die Band, sie nannte sich Super Five, zu den Hits aus den 60ern und 70ern übergegangen. Eben spielten sie Country Roads. Ein paar ältere Pärchen tanzten Fox. Ein junger Mann, der schon sichtlich bedient war, torkelte über die Tanzfläche und grölte mit. Ulrich schob sich durch die verschwitzte Menschenmenge, wobei er versuchte, zumindest den üppigsten Leibern auszuweichen. Bei den Mädchen in den hautengen Shirts nahm er es nicht so genau. Es war schon eine Weile her, dass er einer Frau so nahe gekommen war. Er überlegte kurz, ob er nicht einfach eine ansprechen sollte. Vielleicht ein wenig schmusen und krapschen, wie früher. Aber die Mädchen waren viel zu jung. Das Zelt war in Rauchwolken gehüllt. Er fragte sich, wie die Leute hier noch atmen konnten. Aber sie atmeten alle. Mittlerweile hatte es 30 Grad oder mehr. Dank der einen Eigenschaft, die allen Menschen, unabhängig von ihrer körperlichen Ausstattung, gemeinsam war. Sie produzierten Wärme. Das war zwar nicht die Hauptaufgabe des menschlichen Körpers, aber oft das einzig Brauchbare, das er zustande brachte. Obwohl die Hitze unerträglich wurde, tanzten die Feierenden auf der Bretterbühne ohne Pause. Sie tanzten wie in Ekstase. Schweiß und Atemluft stiegen hoch, mischten sich unter dem Zeltdach zu einem beißenden Kondensat, das die Decke herunterran und zurück auf die Tanzenden tropfte. Das Zelt war ein riesiger Leib geworden. Ein Darmtrakt mit dem Schweißgemisch als Verdauungsflüssigkeit. Die zwei Jahrtausende Christentum und die paar Jahre in Erziehungsanstalten von den Menschen abwusch und alle zu einer geilen Masse verschmolz. Danke, David Bröderbauer. Der Gast kommt aus der Wirschelbude raus und die beiden Gastgeber begrüßen den neuen Gast auf der Bühne. Herzlich Willkommen. Hallo. Bitte. Also mit Depütanten spielen wir keine Spiele, da ist es ernst genug. Das war ein Ausschnitt aus dem Debütroman von dir, der im Vorjahr erschienen ist. Wolfsteig heißt das Ganze. Ein Ausschnitt, der, vielleicht kannst du kurz erzählen, wo das spielt überhaupt, dieses Zelt da, dieses Zeltfest. Ja, der Roman spielt auf einem Truppübungsplatz. Der Truppübungsplatz wird aufgrund von Spargründen aufgelassen. Das passiert wirklich jederzeit in Österreich. Und ja, jetzt ist die Frage, was soll mit diesem Truppübungsplatz passieren? Ja. Und der Ulrich, von dem wir jetzt gerade gehört haben, der ist eben Vogelexperte, deswegen sieht er auch die Hühner am Grill so genau an. Und der soll dort eben Birkhühner erforschen, auf diesem aufgelassenen Truppübungsplatz. Spielen tut es im Waldviertel, also Waldviertel ist ein komischer Name, Wald und Viertel. Ich hätte mir gedacht, das klingt so schön fiktiv, da kann man einen Roman spielen lassen. Also diese Hauptperson, die heißt Ulrich Bruckner und der ist Biologe, Zoologe, du bist auch Biologe eigentlich. Botaniker. Botaniker, ja, Botaniker. Also trotzdem, es gibt so Ähnlichkeiten. Oft sind Debüts aber so Bücher, wo man die Vorstellung hat, ja, das erste Buch von einem Autor, einer Autorin, da hat man eigentlich Probleme genug in dem Euter und da löst man mal die eigenen. Und das Debüt ist eigentlich ein bisschen außergewöhnlich, wenn man nicht das Gefühl hat, du hast als Autor große Probleme und das ist irgendwie nicht so ein Problemlösungsbuch irgendwie. Liebeschmerz scheint auch bei dir, Karolisch, zu spielen und auch nicht im Buch. Und das ist eigentlich total untypisch, weil es eigentlich ein Gesellschaftsroman ist. Also weil da, das ist ja eigentlich eine der schwierigsten Gattungen, da wird es schon komplex. Und genau in dem, was du beschreibst, nämlich, dass dieser Truppenübungsplatz aufgelassen wird, da wird es plötzlich gesellschaftlich komplex. Weil Gesellschaft sieht man ja immer nur dann, wenn es was zu holen gibt. Also plötzlich denken sich die verschiedensten Gruppen, jetzt gibt es da was. Die Jäger glauben, Erweiterung des Jagdgebiets, die Bauern glauben, mehr Anbauflächen, die Naturschützer aus der Stadt, denen ja dieser Ulrich angehört, die sagen, ein Naturreservat, Gott sei Dank, liebes österreichisches Bundesheer, du hast uns die Natur erhalten durch deine Panzerfurchen, da sind Käfer entstanden, wie es nur, wie irgendwo sind. Und dann muss dieser Ulrich Bruckner, ja, und das ist ja eigentlich für mich die lustigste Wendung in dem Ganzen, der muss argumentieren, warum das ein Reservat ist. Und da findet man aber nichts so wirklich. Und nur die Birkhühner, und diese Birkhühner sind aber auch keine lebendige Population, sondern die leiten eigentlich an einem Wort, das ich grandios gefunden habe, an Inzuchtdepression. Und es muss ja eine, es muss ja eine, oder Inzuchtdepression, das heißt nicht nur erfunden, das gibt es wirklich, bei Tieren, bei Pflanzen wahrscheinlich nicht. Also, ihr habt es selber noch nicht erlebt, aber ich glaube, es fühlt sich furchtbar an, so eine Inzuchtdepression. Ja, das Gefühl habe ich auch irgendwie gehabt, dass das nicht so ganz toll ist. Und der muss jetzt irgendwie aber aus den Birkhühnern mehr machen, als die sind, weil das ja ein Argument wäre für das Reservat. Und das ist eine tolle Modellanordnung, aber untypisch für Debüt, dass da plötzlich so alle Gruppen reinkommen, auch noch die Rechtsradikalen und afrikanische Pfarrer. Und eigentlich legst du wahnsinnig viel in dieses Buch rein. Also, zuerst einmal möchte ich widersprechen, Birkhühner an sich sind großartig, also über die alleine kann man schon Roman schreiben. Also, es ist doch autobiografisch, als ich gedacht habe. Es ist anscheinend anders. Ja, dann zu dem, ja, eigene Probleme. Also, dieser Biologe in dem Roman, der ist viel weniger erfolgreich als ich. Das war leicht zum Schreiben, irgendwie Probleme antichten, die man selber nicht hat. Und die Themen, das stimmt. Also, es kommen sehr viele Themen vor. Und ich habe so das Gefühl gehabt, bei der Idee des Romans, wie wäre das, wenn so ein Truppenübungsplatz, es gibt ja im Waldviertel in Niedersreich einen riesigen Truppenübungsplatz, den Truppenübungsplatz allen steigt, das ist die reale Vorlage, wie wäre das, wenn so eine große Fläche auf einmal zugesperrt wird? Also, das Sperrgebiet wird ein Lehrgebiet. Tabula rasa. Und dann sind alle diese Themen angezogen worden. Ich habe es über letztes Jahr gesprochen, wie toll das war. Letztes Jahr wurde das erste Mal ein schwarzes Loch fotografiert. Schaut aus wie ein Donut. Also, ein schwarzes Loch, ein schwarzes Loch ist eigentlich ein absurdes Wort. Und alle waren total begeistert. Ich glaube, das Tolle am schwarzen Loch ist, dass das einfach Dinge verschlingt und anzieht. Und so ist es mir bei dem Buch oder bei dem Thema gegangen. Dieser Truppenübungsplatz hat einfach so viel angezogen. Und da war, ja, ich habe nichts ausgelassen. Also, ich habe viel ausgelassen, wieder gestrichen. Aber, also, ich habe nicht viel ausgelassen können, sagen wir so. Aber du hast ja auch nach Hitler und Nationalsozialismus und Rechtsradikalismus hineingepackt. Aber das hat ja der Hitler erfunden. Ja, ja, und das hat er nicht von außen raufgepackt, sondern damit, also, weil es gibt ja sozusagen Hitlers Vorfahren oder ein Teil der väterlichen Familie kommt aus einem der Dörfer und Ortschaften, die geschliffen worden sind, um diesen Truppenübungsplatz damals einzurichten. Und die sind zwanghaft entsiedelt worden. Und das ist verfallen. Und es hat immer auch geheißen, damit würde Hitler so einen Teil seiner unliebsamen Familiengeschichte verstecken wollen. Und bei dir kommen ja sozusagen diese Leute vor, die dort gewohnt haben und stellen dann wieder Ansprüche, in diese Gebiete zurückzukehren. Das kommt auch rein. Und also insofern ist das ein total flächiges Panorama, das ja nicht nur die Gegenwart beschreibt, sondern auch noch diese geschichtliche Dimension hat. Und hast du das Gefühl gehabt, das ist ja alles ein bisschen zu viel auf einmal eigentlich? Suggestivfrage. Also, mir hat einmal jemand gesagt, Gustav Ernst, manche kennen ihn vielleicht, ein Schriftsteller und auch ein Lehrer. Bist du bei ihm in die Schule gegangen? Ein Lehrer. Ich war bei ihm im Lehrendinger Literaturakademie. Er hat gesagt, Finger weg von der Jetzt-Zeit, weil da verbrennt man sich die Finger, aber das ist zu nah. Aber er schreibt nur Romane selber über die Jetzt-Zeit. Ja, ich habe das Gefühl, jeden seiner Ratschläge darf man eigentlich nicht glauben. Man muss gleich das Gegenteil machen. Trauen Sie niemanden, der Gustav Ernst heißt. Aber ich habe das Gefühl, ich kann nicht die Finger davon lassen. Es ist beim Schreiben manchmal unangenehm, weil man sich denkt, scheiße, jetzt überholt mich die Realität. Ich schreibe darüber, dass ein Politiker sagt, Asylwerber könnten doch unliebige Pflanzen ausreißen. Und zwei Monate später sagt das wirklich ein ÖVP-Politiker. Also sehr unangenehm sowas. Aber ich kann auch nur das schreiben, was mich antreibt. Und das ist das Gegenwärtige. Und ich habe das Gefühl, in dem Buch, diese vielen Themen, es funktioniert vielleicht deswegen, weil es diese Fläche gibt, die alles zusammenhält. Da kann man alles arrangieren, jetzt wie auf einem Spielbrett. Und ich glaube, sonst würde ich es nicht machen. Aber in dem Fall habe ich das Gefühl gehabt, muss es sein. Also die Fläche zwingt einem das auf, dass man Figuren draufstellt und die auch dann ein bisschen herumrennen lässt und herumspielen. Ich habe noch eine ganz kurze, neugierige Frage. Es gibt ja gar nicht so wenig Autoren, die auch Biologen sind. Jedenfalls fällt mir eine Biologin ein in Österreich, nämlich die Andrea Grill. Und jetzt habe ich gehört, dass Sie den Botanischen Garten beaufsichtigen, der zur Uni gehört in Wien. Und dort hat die Andrea Grill Schmetterlinge gezüchtet. Haben Sie die je getroffen? Ja, ja. Also wir haben gemeinsam eine Führung gemacht. Sie hat über Schmetterlinge erzählt und ich bin dann mit dem Kescher nachgelaufen. Also diese Schmetterlinge, Bierkühner sind viel besser. Aber ja, wir hatten Kontakt. Das war aber nur, bevor mein Buch veröffentlicht worden ist. Das heißt, ich habe sie angehimmelt und sie hat die Schmetterlinge angehimmelt. Aber ja, also es gibt Überschneidungsflächen. Es ist doch auch wundern, dass Sie auf die Bierkühner gekommen sind irgendwie. Aber ja, Sie haben dieses Buch jetzt geschrieben. Es war ein relativ großer Erfolg. Haben Sie sich diesen Literaturbetrieb so vorgestellt, wie er dann war? Oder gab es da irgendwie, sagen Sie sich jetzt, ja, so will ich weitermachen, es kommt ein zweites Buch? Oder war das eine einzige Enttäuschung eigentlich? Oder sind die Erwartungen erfüllt worden? Auch die Reaktionen beim Publikum? Also wir haben vor Backstage, wenn ich das verraten darf, über den Literaturnobelpreis gesprochen. Also bevor nicht der da ist, dann überhaupt keine Erwartungen erfüllt. Bis dahin lasse ich alles mit mir machen. Vor allem ein Roboter, ein Würstchen servieren, das übrigens kalt ist. Vor allem eine Wasserglaslesung ohne Wasserglas ist mir aufgefallen. Nein, Bier ist okay. Man muss sagen, das Würstchen ist ja extra für dich auch noch vegan. Ja, genau. Das habe ich selber mitgebracht, selber bezahlt, weil da gibt es nur Fleischwürstchen. Jetzt ist es noch kalt. Aber jetzt einmal, also ernst gesagt, Literaturbetrieb ist natürlich zwiespältig. Und man muss immer aufpassen, was man sich wünscht. Also jetzt könnte man ein Schiller, ein Ring des Polygrates, wünscht ja nie, was du kriegst. Aber es gibt total viele schöne Erlebnisse und die machen es fein für mich. Ich bin jetzt nicht so berühmt, dass ich mich beklagen könnte. Also ich beklage mir jetzt nur darüber, dass ich nicht so berühmt bin. Sehr umgekehrt. Aber ja, ich finde es einmal ganz fein und hoffe, es geht weiter so. Ich muss nur eins fragen. Wenn Sie jetzt den Nobelpreis der Literatur bekommen, erwarten Sie sich dann, dass der österreichische Kulturminister gratuliert und das nachvollziehen kann? Oder ist das schon eine Enttäuschung? Wenn Sie mit diesem blöden Nobelpreis anfangen sollen. Ja, ja, selber schuld. Ja, aber ich meine, ich denke mir, da muss man doch schon, aber da kriegt man endlich, da arbeitet man 70 Jahre dran irgendwie an diesen. Ja, ich finde diese Politik... Er kriegt die vielleicht schon früher. Ja, aber 40 Jahre dran und dann sagt irgendjemand... Ich finde politische Kontakte ganz ein schwieriges Metier, also puf, was sage ich jetzt? Aber sie sind halt meistens mit Geld verbunden, deswegen machen wir es doch, gell? Reicht das, oder? Ja, das reicht. Wir brauchen ein Bier, glaube ich, oder? Ja, bitte. Danke. Martin Brachvogel ist nicht unser nächster Gast, aber wir schalten nun mal zu ihm in den Grazer Schlossberg. Ja, und seit diesem komischen Unfall muss ich jetzt wirklich Tag und Nacht ein Suspensorium tragen. Ich weiß übrigens schon längst nicht mehr, ob wir überhaupt noch empfangen werden. Also die anderen sehe und höre ich gar nicht mehr. Auch wenn die Anzeige eigentlich noch zeigt, dass wir senden. Aber das ist jetzt alles wirklich auf gut Glück. Ich weiß wirklich nicht, wohin Sie mich jetzt führen. Wenn Sie endlich mal ein Wort zu mir sagen würden, das wäre wirklich für mich eine große Freude, wenn wir ein bisschen besser kommunizieren. Was wollen Sie, was wollen Sie, soll ich da jetzt, soll ich da jetzt reinsteigen, oder? Das ist eine Semmel. Die, okay. Ja, also ich nehme mal an, dass ich da in das Ding jetzt reinbeißen soll. Ja, ich probiere es einfach mal. Das ist ein bisschen drücken. Ich bin mir nicht ganz sicher, was ich... Moment, ich glaube... Ich glaube, ich verstehe es. Man muss essen, auch wenn es lästig ist. Essen gehört zum Lebensbegriff. Und man muss das immer wieder tun. Und wenn man damit aufhört, dann hat man seine Existenzberechtigung verwirkt. Und genauso ist es auch mit der Literatur, mit dem Literaturbegriff. Er ist nämlich nicht fix, sondern einem ständigen Wandel unterzogen, je nach gesellschaftlicher Situation. Und deswegen muss man ihn immer wieder aufnehmen, zerkauen, herunterschlucken, verdauen, ausscheiden und immer wieder von Neuem aufnehmen. Nur so verhindert man einen Anachronismus. Wie mit der Demokratie. Das ist auch ein Begriff, der immer wieder erneuert werden muss, weil er immer was mit der Gesellschaft zu tun haben muss. Und deswegen braucht es so Leute wie Frau Striegel und Herrn Karsberger, die immer wieder darüber sprechen, diesen Begriff besprechen und kreisen und ihn immer wieder neu zu definieren. Und deswegen braucht es auch so etwas wie Roboter mit Senf, was mit der aktuellen Situation der Gesellschaft zu tun hat. Und die beiden müssen aufeinandertreffen. Literatur und Status quo der Gesellschaft. Und nur so funktioniert Literatur. Es ist so einfach. Mit einer Semmel. Es ist, es ist, es ist, da. Es ist ein, ja, Kunde, ich muss das nur wegstecken. Danke. Danke. Vielen Dank. Ja, ich habe es begriffen. Ja. Literatur ist, ist, braucht, braucht es, muss, muss verdaut werden. Und wieder, habe ich alles schon gesagt. Also, ich habe ja zuerst gedacht, Sie wären, Sie wären ein wenig debil. Aber, aber Sie sind ein Genie. Ich bin Ihnen so unglaublich dankbar. Wo hatte ich doch auch die, genau da. Also, jetzt, genau, jetzt erst mal raus aus diesem Loch. Ich brauche nämlich dringend Empfang. Ich brauche dringend Empfang. Und ich hoffe inständig, dass das, ich hoffe inständig, dass das irgendjemand mitbekommen hat. Weil das war wirklich für mich ein Moment der Größe. Wirklich eine, 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 eine Sternstunde. Und bis ich den Weg hier herausgefunden habe, gebe ich, ähm, gebe ich, gebe ich zurück ins, äh, ins Literaturhaus. War das jetzt hier entlang? Danke, Martin. Ich hoffe, du findest gut wieder raus. Und das ist ja doch ein sehr erfreulicher Zwischenbericht. Vielleicht, ich will jetzt nicht zu große Hoffnungen machen. Vielleicht ist das auch schon ein Ausblick auf das Endresümee. Aber wir sind noch nicht am Ende. Es fehlt ja nun was. Es fehlt nun der letzte Gast. Unser letzter Gast kam von Deutschland nach Österreich ursprünglich, um Geschichte und Theaterwissenschaft zu studieren. Um dann dieses Studium dort abzubrechen. Heute hier bei uns am Wirschlussstandel, weil am Wirschlussstandel kommen die Leitsamen. Und wir kommen mit Dirk Stärmann zusammen. Bekannt aus Radiosendungen wie Radioblume, Hotel Helga und Salon Helga und Show Royale. Ist er vor allem bekannt durch die Fernsehsendung Willkommen Österreich. Für ihn ist Österreich und Alkohol wie ein siamesisches Zwillingspaar, das man nicht trennen kann. Für uns sind Stärmann und Chrissemann wie Salz und Pfeffer, ohne die die Suppe nicht schmecken kann. Ohne diese unendliche Unvorstellbarkeit der Unzertrennlichkeit schrieb er kurz und klein, einfach so. Und der Hammer! Großen Applaus für Dirk Stärmann. Die Dackelblutwurst wurde extra wegen Dirk Stärmann erfunden. Es gibt aber auch Currywurst, Frankfurter Wurst oder Faschingswurst Spezial. Und ich muss mich entscheiden jetzt? Entweder für eines der vier oder für gar nichts zum Essen. Ich nehme eine Currywurst, bitte. Currywurst Fortuna. Currywurst Fortuna. Genau. Fortuna, wenn man das hat. Fortuna ist immer mit Ketchup und Mayonnaise, weil Fortuna Düsseldorf ist rot-weiß. Und ein Bier. Danke, genau. Und wir wären eigentlich schon bereit für ein Spiel. Ja, dann freue ich mich jetzt. Unser zweites Spiel. Das Bild aus Wurst. Ein weiteres Spiel, in dem Gast und Gastgeber gegeneinander antreten. Und ich habe dafür da ein Bild. Und Gast und Gastgeber müssen dieses Bild dann an der Würstelbude als Skulptur nachbauen. Und sie bekommen dafür am Pappdeller Würsteln, eine Semmel, Senf, Zornstocher, eine Serviette und 120 Sekunden Zeit. Und anschließend wird unser Techniker Tom Grassecker, den ich jetzt schon mal auf die Bühne bitt, ohne gesehen zu haben, wer welche Skulptur gebaut hat, entscheiden, welche Skulptur ähnlicher wie dieses Bild ausschaut. Das heißt, Achtung, es geht nicht darum, wer es erst fertig ist, sondern darum, welche Skulptur ähnlicher ausschaut wie dieses Bild. Sehr gut. Tom Grassecker, bitte kurzes Bild halten. Er kriegt jetzt nur die Augenbinde, dass er nicht sieht, wer welche Skulptur gebaut hat. Alles ist bereit. Dann würde ich sagen, 120 Sekunden Zeit. Kommt ihr etwas näher? Er schafft es allein. Passt, Stiermann? Passt, alles passt. Es ist fast zu echt. Eine Minute. Das war super, wenn man den Helm erkennen kann. Wie viel Zeit haben wir noch? Circa 30 Sekunden. Fertig. Und dann 30 Sekunden. Ja, da kann es stehen. Nur bitte 30 Sekunden, die Kultur verbessern. Bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich es erkennen kann. Vielleicht die Unterhose noch. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. 3, 2, 1, sehr gut. Die Würstchen weglegen. Großartig, danke. Ich nehme die Skulptur entgegen. Das soll die Brustbehaarung sein. Wunderschön. Wunderschön. Ich lege das jetzt kurz daher. Ich kann es, glaube ich, nicht abdecken. Wie hast du es gemacht, dass deine stehen bleibt? Ja, ich habe das mit dem Plastik da hinten gemacht. Das habe ich überhaupt nicht geschnallt, dass das geht. Meine muss man immer in der Hand halten. Das ist Kacke. Die ist sehr gut geworden. Ich gebe Ihnen kurz die Skulptur zum Halten, damit man nicht mehr weiß, wer welche Skulptur gebaut hat. Und die muss ja zum Halten sehen. Hallo, lass es stehen. Ja, aber sonst weiß er ja, welche Skulptur von wem ist. Warum? Weil ich schon gesagt habe, dass die... Darf ich was sagen? Seine Arme sind alle oben weit über dem Kopf. Das ist völliger Quatsch. Das ist biologisch und medizinisch unmöglich. Ich würde sagen, wir sind bereit. Bitte die Augenbinder abnehmen. Ja, eben, aber der kennt ja nur Hühner. Welche Skulptur schaut diesem Bild ähnlicher? Es ist ganz leicht. Es ist doch eindeutig. Konzentriere dich bitte. Ja, genau, genau. Meine Rede. Das ist die Skulptur von Gastgeber Kastberger. Damit haben wir einen Clangewinner. Und er gewinnt das Bild für zu Hause zum Aufsehen. Großen Applaus. Danke, Tom Grassecker. Ich nehme die Skulptur. Ich nehme die Skulptur. Danke. Das verstehe ich nicht. Das ist mir unbegreiflich, wie du gewinnen konntest. Du hast es total gegenständlich versucht. Ich habe ja in meiner... Aber Ähnlichkeit besteht ja aus Gegenständlichkeit. Ja, aber auch in der Abstraktion natürlich viel mehr. Weil meine Kunstlehrerin war... Ich bin in Düsseldorf zur Schule gegangen. Meine Kunstlehrerin war Beuys-Schülerin. Das merkt man der Skulptur an. Ja, aber eben. Genau diesen Gedanken habe ich schon verstanden an der Skulptur. Sie hatte ja meine Vogelmaske im Kunstunterricht. Wir haben laut Musik gehört. Und dann sollten wir das selbst machen. Das weiß ich noch. Und ich habe dann so Streichhölzer abgebrochen. Aus Streichhölzer sollten wir das machen. Ich habe die abgebrannt und habe gesagt, so fühle ich mich. Hat sie gesagt, eins. Und so ähnlich war, fand ich meine Skulptur ehrlich gesagt auch. Also es ist sehr enttäuschend jetzt. Aber so einen Zeichenlehrer hatte ich auch. Weil ich war völlig unbegabt beim Zeichnen. Und ich habe einmal meine Füllfeder, also diese Feder dann so abgewischt. Und dann ging der Zeichenlehrer vorbei und hat gesagt, das ist toll irgendwie. Und das war aber nur zum Reinigen eigentlich. Wir haben es bemerkt, das war der Kampf der Giganten. Du machst dich lustig, oder? Keines Weg. Ich glaube auch, ja. Das war eindrucksvoll. Also ich war sehr zufrieden, ganz ehrlich. Ich habe mich auch währenddessen wahrhaftig gefühlt. Also am hässlichsten fand ich die Vorlage. Ja. Meine Kunstlehrerin, wir mussten irgendwann Specksteine machen. Specksteine? Specksteine, kennst du das? Da muss man so Speck, das ist so ein Stein, den kann man relativ leicht bearbeiten, wenn man es kann. Konnte ich ja nicht. Und ich habe dann, meiner sah von Anfang an aus wie eine Eule. Und ich habe gesagt, ich mache eine Eule. Und ich konnte aber den Schnabel nicht. Das Einzige, was quasi Richtung Eule gegangen wäre, außer der äußeren Form. Und dann habe ich sie gebeten, ob sie mir helfen könnte. Dann hat sie den Schnabel gemacht. Dann ist der Schnabel aber abgebrochen, während sie gefeilt. Dann hat sie gesagt, fünf. Dann habe ich gesagt, ja, aber Sie haben ja den Schnabel abgebrochen. Dann hat sie ja trotzdem fünf. Die Eule hat keinen Schnabel. Ein großes Lebensdilemma. Wenn man andere um was bittet. Aber das war damals noch erlaubt. Solche pädagogischen Maßnahmen. Wir waren ja jung und Greta Thunberg gab es noch nicht. Und sie hatte damals ein Pferd, das wussten wir. Dann haben wir das Pferd lila angemalt. Das echte Pferd? Das echte Pferd, ja. Heute würde ich es nicht mehr machen, aber damals fanden wir es richtig. War das eine Waldorfschule? Nein, es war eine evangelische Schule, Privatschule. Wir haben aber alle nicht an Gott geglaubt. Also so intime Fragen hätten wir uns gar nicht so stellen. Warum fräsche ich gleich raus damit. Ab jetzt antworte ich Stereotyp. Wir freuen mich über Handkiss, Nobelpreis übrigens. Wie war da die Frage? Ob ich mich freue? Ja. Völlig unglaubwürdig. Nachdrücklich oder wie war das Wort? Nachvollziehbar. Nachvollziehbar, ja. Also ich wäre ja neugierig, wie das so ist. Also es gibt ja so das bekannte Phänomen, ein Schauspieler wird bekannt in einer Kommissarrolle und alle sehen in ihm den Kommissar. Ja. Und wie ist das bei dir? Ich meine, mit dieser Rolle des ewig gutmütigen, getretenen Deutschen. Ja. Wie, ich meine, hängt dir die Rolle auch als Autor nach? Wenn du als Autor aus deinem Buch liest, musst du dann erst zeigen, du bist gar nicht so gutmütig oder du bist gar nicht so arm? Und dann zieht die Frage darauf hinaus, dass ich mich von meinem Lektor auch treten lasse und gutmütig weiterschreibe. Nein, gar nicht. Eher so das Öffentliche. Na, das trenne ich alles. Also ich trenne mich selber von der Figur und ich trenne die Figur auch von mir als Autor. Alleine schon deswegen, weil ich alleine schreiben darf und ohne den Kollegen das machen kann. Das ist sehr angenehm. Und alles, was ich schreibe, hat mit ihm nichts zu tun und das, was ich mit ihm gemeinsam mache, hat halt auch mit seiner Rollenverteilung zu tun. Liest der das gar nicht? Der liest das nie, nee. Das behauptet er wahrscheinlich nicht. Nein, ich glaube ihm das auch. Ich glaube, der liest das nicht. Du glaubst, er hat es nicht gelesen? Nein, das würde ich nicht glauben. Das glaube ich schon. Da lässt keine einzige Bemerkung kommen. Doch, ich glaube, er hat nur, was er gelesen hat. Vielleicht ist er eifersüchtig. Nein, was ich weiß, ist, er hat gelesen eben die Nüchternkritik im Falter, die sehr schlecht war. Ja. Das hat er mir gesagt, dass er das gelesen hat. Aber sonst glaube ich nicht, dass er es liest. Ich glaube, das geht auch nicht. Ja, wir lesen meistens ja auch nur mehr Kritiken eigentlich. Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass ihr viel lest. Und ich lese ja selber auch viel. Und ich wundere mich immer, wir haben da im Vorgespräch kurz drüber gesprochen, ich war in so einer Schweizer Literatursendung. Da durfte ich einen Roman vorschlagen. Vielen Dank. Ist der echt eigentlich, der Buckel? Ja, Mensch. Schneeflocke. So, das fragt man nicht. Fragt man das nicht? Nein. Das ist nicht. Meine Mutter hat mir erzählt, als ich sehr klein war, habe ich mal eine Lilliputanerin auf der Straße gesehen und habe die so angestarrt. Und meine Mutter hat gesagt, das darf man nicht, man darf nicht so anstarrt. Dann sei ich hingegangen und hätte gesagt, sie sind eh sehr groß. Das sagt vielleicht einiges aus. Ein edelmütiges Kind. Edelmütiger. Das hat vielleicht das Ironiebedürfnis dieser Person auch sofort gedeckt. Genau, genau. Der Nüchtern hat das Buch scheiße gefunden, aber es ist ja nicht so einfach, denke ich mir irgendwie. Was jetzt? Ein Buch zu schreiben, wenn man Dirk Stermann oder Harald Schmidt ist irgendwie. Also, weil, so sagen, dass da eine Kapazität als Schriftsteller da ist, das vermutet ja niemand eigentlich. Also, man glaubt ja, die haben sowieso einen Lektor. Das ist, glaube ich, sowieso 80 Prozent. Das hast nicht du geschrieben. Das ist ein Fremdautor, ja. Das ist ein Fremdautor. Eigentlich jetzt die Annahme dieses Buches, des Neuen, haben wir eigentlich auch in durchaus Zeitungen, die sich eben auch normalerweise mit Literatur beschäftigen, sehr gut. Ist das anders gelaufen? Ihr habt das Gefühl, es ist ein bisschen anders gelaufen als bei den früheren Büchern. Beim letzten war das eigentlich schon ähnlich, weil das war ein sehr trauriger Roman. Der hieß, der Junge bekommt das Gute zuletzt. Und da war das schon auch so, dass so eine Erwartungshaltung unterlaufen wurde und man mit anderen Leuten oder Leute, dass andere Leute das gelesen haben und darüber geschrieben haben. Und das war diesmal auch wieder so. Und das ist so eine Frage, die kann ich mir gar nicht stellen. Also, ich kann mir das nicht. Also, ich habe bei Robert so eine Pressefrau, die sagt immer zu mir, sie versteht nicht, wieso ich immer so unterschiedlich schreibe. Das findet sie irgendwie interessant. Von Buch zu Buch. Ja, genau, von Buch zu Buch. Und dann habe ich ihr auch sagen müssen, ich kann mir das nicht vorher überlegen. Ich weiß es nicht. Also, ich bin halt Leser und hatte früh von mir selber die Idee, dass ich eigentlich schreiben möchte. Und dann musste ich aber 30 Jahre Radio und Fernsehen machen, bis ich dann irgendwie zum Schreiben kam. Sehr anstrengend. Aber wenigstens keine bildende Kunst. Gott sei Dank, ja. Und auch immerhin keine Werbung. Das hätte ich, weil ich aus Düsseldorf kam, auch machen können. Ich bin 17 oder 18, saß ich so betrunken in einem Lokal. Und da habe ich mit einem gequatscht über irgendwas. Und dann hinter mir saß so ein Herr mit seinem bescheuerten Bart. Und der drehte sich um und gab mir diese Visitenkarte und hat gesagt, ich bin von Doyle Dane Bernbacher, DDB, so eine große Werbeagentur. Und ich habe dir zugehört, du bist total cool. Ich möchte, dass du bei mir Autor wirst. Texter. Dann bin ich mit 18 da hin. Und die machten gerade eine Kampagne, das war eine große Agentur, und die machten gerade eine Kampagne für Damenbinden. Idealer Einstieg. Idealer Einstieg. Und dann saß ich dort mit so lauter vollgestörten Werbern. Und sie redeten über eine Kampagne, die sie machen wollen, eine TV-Werbung, wo eine Frau durch ihr Badezimmer schwebt zu einem Schminkaltar. Und zwar deswegen schwebt, weil die Binde so leicht ist. Und dann habe ich ihm gesagt, ich glaube, ich bin noch nicht so weit. Also das hätte ich machen können und so war mir dann, glaube ich, dieses Fernseh- und Radio-Ding irgendwie geliefert. Ich meine, es gibt ja einen berühmten Werbetexter, der ist auch literarisch. Werthal Brecht. Wolf Haas. Ja, Wolf Haas. Der Lichtfahrer sind sichtbarer und OÖ1 gehört gehört. Genau. Und jetzt weiß ich auch, von wem der Spruch ist. Es gab einen berühmten Werbespruch für Damenbinden. Und der ist uns allen noch im Ohr aus den 90er Jahren. Und die Geschichte der Menstruation ist eine Geschichte von Missverständnissen. Also das ist offensichtlich von dir dann. Eben nicht. Es ist eben nicht von dir. Das hier ist die Gelegenheit gewesen, eine neue Facette deiner Biografie zu erfinden. Meine Idee war, dass die Menstruationsflüssigkeit blau ist. Und das hast du auch werbetechnisch umgesetzt. Nein, auch nicht. Auch das habe ich damals kritisiert. Ich habe gesagt, das verstehe ich nicht. Ich habe ja noch nicht so viele Freundinnen gehabt mit 18, aber ich habe gesagt, das habe ich noch nie gesehen. Schweden. Entweder war meine krank oder die ist krank. Das ist ja unheimlich ein bisschen blau. Es haben sich ja auf Twitter dann auch ganz viele darüber aufgeregt, dass in Werbung für Tampons und Damenbinden die Menstruationsflüssigkeit blau sein muss. Und dann hätten sich angeblich auch welche darüber aufgeregt, als sie rot war. Ich glaube, dass das irgendwie eine Großteil der Menschen einfach vorbeischreitet, welche Forbes das dann kommt. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass das entscheidend ist. Wirklich? Die machen nichts zufällig. Also ich bin einfach froh, dass das im Fernsehen nicht noch... Tropft. Ja, und nicht so nach Fleischerei riecht oder was auch immer. Aber ich weiß nicht, welche Sender ihr schaut. Also ich sehe nie die Flüssigkeit bei Tampo-Werbung. Ich kann mich überhaupt nicht erinnern, dass es irgendeine Farbe hätte, oder? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber wo sind wir da gelandet? Bei Tampo. Wir sind da beim Würstl und sind irgendwie völlig abge... Es ist auch egal, es kratzt auch keiner. Aber es ist doch nicht so abwegig. Es ist so, als ob es jemandem das Essen verleiten würde. Weil in dem neuen Roman spielt ja das Riechen eine große Rolle. Es hat ja eine ziemlich olfaktorische Schlagseite. Es stinkt die ganze Zeit nicht. Es stinkt fürchterlich. So kann man es auch sagen. Ja, weil es spielt halt im 18. Jahrhundert und ich habe halt ganz früh gewusst, dass ich... Also ich fand diese Lebensgeschichte interessant von Hammerpurgstall, einem Grazer. Ohne mich hier einschleimen zu wollen. Und mir war früh klar aber, dass ich alles andere beschreiben möchte. Ich wollte halt irgendwie ein Gefühl dafür haben, wo lebt der, wie lebt der, wann, wie war das so. Wenn du Zahnweh hast, was war und so. Und dann habe ich großes Glück gehabt und den Peter Peier kennengelernt. So ein Alltagshistoriker, der ein großartiges Buch geschrieben hat, der Gestank Wiens. Und er hat mir dann noch andere Tipps gegeben und dann habe ich mich so eingelesen in den Reisebericht. Und Wien war einfach damals die mit riesigem Abstand verstunkenste Großstadt Europas. Und das habe ich dann halt beschreiben müssen, obwohl ich Wahlwiener bin, aber auch beschreiben dürfen. Das hat mir halt auch Spaß gemacht. Also in einer dieser Kritiken habe ich gelesen, das war offensichtlich das höchste Lob, was dieser Kritiker gedacht hat, dass er von sich geben kann. In Stärmanns Buch Der Hammer stinkt es genauso wie in Daniel Kehlmanns Till. Ist das ein Lob? Bei Till stinkt es gar nicht, finde ich, ehrlich gesagt. Also da ist es halt so, Till spielt ja noch früher ein bisschen. Was halt die Vergleichbarkeit ist, ist, dass der Daniel halt auch unglaublich viel lesen musste dafür, so wie ich unglaublich viel lesen musste. Und ich dem Daniel dann irgendwann auch dankbar dafür bin, dass ich ihn irgendwann gefragt habe. Weil Till ist schon erschienen, als ich noch geschrieben habe. Und ich habe gesagt, du, es ist ja, je mehr du liest, umso mehr musst du lesen. Du hörst gar nicht mehr auf zu lesen. Und mein Lektor schreibt mir schon immer, das Problem ist, wenn Autoren lesen und nicht schreiben. Wann hört man auf? Und hat gesagt, du musst einfach spätestens dann, wenn der Lektor das sagt, irgendwann mal aufhören und anfangen zu schreiben, weil du wirst nicht genug gelesen haben. Und das Interessante beim Hammer war dann, weil der Daniel war auch der Erste, der neben dem Lektor das dann gelesen hat. Und ich immer glaube, dass er, und nicht glaube, sondern weiß, dass der Daniel wirklich sehr belesen ist. In so einem fast schon historischen Sinne sehr belesen ist. Und der hat dann, es gab ein paar Dinge, die in dem Roman vorkommen, da hat er mir gesagt, aber das stimmt nicht, das kann nicht sein, das liest sich auch wie, als hättest du das geschrieben. Das ist so Stehrmann-Schreibung. Und dann habe ich immer sagen können, na, das ist historisch. Das hat mir sehr gefallen. Und das hat mir auch so gefallen, dass ich Dinge gefunden habe, die Daniel nicht kannte. So diese Eitelkeit unter alten Männern. Das ist wieder Kokett. Nein, das ist nicht Kokett. Er ist ja viel jünger als ich, deswegen meinst du Kokett. Aber ich wollte noch fragen, wie das eigentlich ist, so einen Rollentausch zu machen und ausgefragt zu werden. Ich habe dich mal gesehen bei einer deutschen Fernsehsendung mit einer Moderatorin, die sehr lustig war und mit der man dann was singen musste. Ina Müller? Ja, die war das. Aber sonst ist es ja doch unklima. Ich bin hin und wieder, werde ich auch gefragt, ich bin hin und wieder in so Sendungen, wo man gefragt wird. Und ist das schön, wenn man endlich mal von sich reden kann, statt andere Leute dauernd auszufragen? Nein, da bin ich nicht Eitel genug. Ich freue mich immer wahnsinnig, dass ich mir nichts überlegen muss vorher, während die anderen erhackeln müssen. Das finde ich ganz gut. Also ich finde Gast sein schöner als Gastgeber sein, in Wahrheit, weil man nichts zu verlieren hat. Man kriegt den Würstel, wenn die Show scheiße ist, seid ihr das schuld, ich kann nichts dafür. Und bei der anderen ist es immer so, dass am nächsten Tag dann die ganzen Kollegen darüber reden wollen und dann gibt es Quoten und da muss man darüber reden. Beim Buch zum Beispiel ist es so geil auch, ich frage nie nach, wie viele Bücher verkauft sind. Das will ich nie. Anders als beim Fernsehen, da kriege ich das immer am nächsten Tag. Ob du willst oder nicht. Ob ich will oder nicht, genau. Und dann beim Buch ist, ich will das nicht wollen. Ich will schreiben, weil ich gerne schreibe, aber ich will nicht quasi verkaufe. Und dann, mein Lektor weiß das und der schreibt mir dann immer mal sowas wie, dein Buch läuft wie ein Schweizer Uhrwerk. Wo ich dann auch nicht nachfrage, was heißt das jetzt, sehr langsam oder laut oder was. Pünktlich. Pünktlich, ja genau. Und präzis natürlich. Und präzis, ja. Ich meine, ihr habt jetzt tausende von Willkommen Österreich Sendungen schon gemacht und du kriegst jedes Mal die Quoten. Weißt du, wisst ihr mittlerweile, was geht? Kann man das formulieren? Was funktioniert? Ich weiß nur, wie alt die Leute sind, die zuschauen. Ja, gut. Aber dann denkt man sich doch, jetzt sind irgendwie 30 Prozent mehr. Gibt es da irgendwie? Lernt man da draus? Oder ist einem das eh wurscht? Also mir ist es wurscht. Dem Kollegen ist es total wichtig. Mir ist es komplett wurscht. Aber ihr habt doch nichts mehr zu verlieren. Ich habe sowieso, ich finde, ich habe das nicht in der Hand. Ich kann ja immer noch, das ist bei der Literatur genauso. Du weißt ja nicht, das ist ja auch, wenn du mit Verlagen redest, und ich war vorher bei Ulstein, jetzt bei Rohwald, und wenn die Verlagsleute mit einem reden über das, was sie glauben gerade, das ist immer Quatsch. Also ich habe so einen sehr klugen Lektor, der sagt zu ihm immer, was die gerade finden, und sagt dazu immer, warte mal, in drei Monaten sage ich dir jetzt das exakte Gegenteil. Weil dann sagen alle, sie finden jetzt gerade das genaue Gegenteil. Es ist völliger Blödsinn. Also du machst halt das, was du machst, und du darfst dich halt nicht zu sehr von anderen Leuten beeindrucken lassen, beeinflussen lassen. Mir geht eh nicht. Und wenn sie dann irgendwann alle keinen Bock mehr haben, eine Fernsehsendung anzuschauen, haben sie recht wahrscheinlich, und dann hört es halt wieder auf. Das ist halt so. Das denken wir uns eigentlich auch die ganze Zeit, obwohl wir jetzt keine 3000 Sendungen haben, sondern nur fünf irgendwie. Es kann auch sein, dass wir die nächste Sendung einfach abblasen. Jetzt haben uns doch die Gäste schon eingeladen. Ja, das wäre dann vielleicht unhöflich. Also bei fünf ist es ein bisschen verfrüht, die Flinte ins Korn zu werfen. Und schön wäre gewesen, nach der ersten gleich wieder aufzuhören eigentlich. Finde ich auch nicht. Na, das finde ich ja nicht. Also außerdem habe ich so eine, meine alte Theorie ist Akzeptanz durch Penetranz. Ja. Also einfach weitersenden, weiterspielen. Irgendwann haben sich die Leute daran gewöhnt, so wie sie sich an Gatsch bei Regen gewöhnen. Dann weiß man, weil es regnet, dann ist der Boden gatschig. Das ist normal. Es ist ja auch unter sämtlichen psychologischen Manipulationsstrategien. Es ist keine hundertprozentig bewiesen, außer das Hebbian Learning. Je öfter man was wiederholt, umso eher neigt man es zu glauben. Das heißt, man rammt einfach immer wieder das Gleiche rein und es wird funktionieren. Wie ein FPÖ-Plakat. Das war jetzt kein älter Vergleich mit Europa oder mit Senf, aber die werden uns trotzdem nicht... Aber die machen das... Ja. Das muss ja funktionieren, ne? Es geht ja nur darum, ob es funktioniert oder alles andere ist. Aber ihr wisst, das finde ich viel besser, weil ihr euch viel mehr intensiver mit dem Markt quasi auch beschäftigen müsst. Ja. Was gibt es denn für eine Theorie? Was für Literatur... Entschuldigung, ich habe jetzt das Würstchen. Ich versuche es trotzdem zu verstehen. Verstehst du es ein bisschen? Ja, ja. Aber jetzt geht es um Literatur. Meine Tochter übrigens ist Psychologin und gerade in Ips, in der Psychiatrie arbeitet sie. Mit Suchtkranken und die Suchtkranken sind jetzt mehrere aufgestanden in einer Gemeinschaftssitzung. Und dann hat eine zu ihr gesagt, wir verstehen sie nicht, weil sie sprechen so Hochdeutsch. Das ist aber sehr selten. Heutzutage ist eher der Dialekt im Aussterben begriffen. In Niederösterreich nicht. Okay. Das ist vielleicht was anderes. Aber was ist eure Theorie? Was wisst ihr, was... Man kann es doch nie sagen. Es gibt doch immer einfach überraschende Wenden, Wendungen. Na ja, einiges... Also lustig ist immer, wenn wir mit Deutschen reden, ne? Also das ist irgendwie... Ja, vom Reden, aber bei der Literatur. Also Literatur bezogen. Ja. Es gibt irgendwie gar nicht ein Publikum. Es gibt sozusagen für viele Schichten ganz unterschiedliche Dinge. Die Sagnagel funktioniert bei den unter 20-Jährigen und die Erika Blur bei den über 75-Jährigen. Und beide nur bei den Frauen eigentlich. Lesen funktioniert überhaupt besser bei Frauen. Ja, ja, 80% besser. Aber wir versuchen ja immer sozusagen, zwar lustig zu sein und wir geben uns, wir zahlen Unmengen an diese Theatergruppe da und unglaubliches Primborium und Kulissen. Das tut man ja nur für ganz kurze Momente der Seriosität. Also irgendwie, dass man mal ein Nachwuchsauto drei Minuten die Chance hat, einen Text zu... Das ist ja eigentlich der Kern. Das ist ja unglaublich... Und das dürfte man ja eigentlich nicht sagen. Und ich versuche jetzt kurz noch... Das sind ja alle so drei gleich alt. Und der eine ist ein Fernsestar und die zweite ist eine sehr bekannte Autorin und ein Deputant. Und können wir dem noch irgendwas raten? Also wie er so sich durchschlägt. Ich hätte gern in Dirk seinen Friseur die Telefonnummer. Das Gute ist, ich habe keinen Friseur. Aber sind die echt, oder? Ja, die sind echt, genau. So echt wie der Bucke? Aus deinen, da muss ich nicht fragen, aber den vom Dirk, das wäre ein guter... Aber ich möchte auch noch was sagen zu deinem Ratschlag. Mein Ratschlag ist, dass es ja gar keine Ratschläge gibt. Das kann jetzt von dem Eremiten sein. Der redet aber nicht. Ja, aber der würde es nicht aussprechen. Aber mein Ratschlag ist ein ganz anderer. Nämlich, ich möchte mich bedanken bei dir. Bin du wirklich der Leiter vom Botanischen Garten? Bist du das wirklich? Naja. Also ja. Nein, nein, gar nicht. Nein. Du arbeitest aber da. Ja, aber ich kann schon was machen. Nein, ich wollte sagen, dass das dann wirklich... Ich arbeite für die Bestattung. Ich kann vielleicht auch was machen. Also ich kann niemanden vergraben, ja, außer er hat gesund gegessen und ist gut am Dünger. Ich wollte eher so Generations-Snowflake-mäßig sagen, dass das ein sehr schöner Ort ist und dass ich mich sehr freue, dass du an diesem sehr schönen Ort bist. Es ist ein sehr schöner Ort, also der Grazer Botanische Garten. Also Wiener, entschuldige, ein großes Missverständnis. Ein tonnernder Applaus, danke schön. Es geht bitte um den Wiener Botanischen Garten, neben dem Belvedere. Also wenn Sie jemanden vergraben wollen im Grazer Botanischen Garten, ich kenne dort auch jemanden, den können wir fragen, aber ich kann das nicht selber machen. Aber du bist in Wiener. Wiener, ja. Aber in der Grazer ist ja auch so geil, da gibt es ja dieses eine Gewächshaus, das leer steht, wo man einbrechen kann, also wo man nicht darf, aber das ist einer der tollsten Orte von Graz. Ja, aber das eine Fenster ist immer offen, weil es ist einfach so überschuld. Genau, man kann rein und das ist wirklich ein empfehlenswerter Ort, auch wenn Sie mit jemandem gemeinsam sind. Ja, das waren eigentlich jetzt die Empfehlungen zum Schluss. Ich glaube, wir sind am Ende, oder? Ja, wir sind am Ende. Wir danken herzlich. Vielen Dank. Damit interessiert uns jetzt nur noch, was der Eremit über unsere Show denkt. Findet er diese Show lustig und ist sie damit was für die Leute, also die Mitte der Gesellschaft? Ich bin zuversichtlich und gehe positiv gestimmt zu Martin Brachvogel und bin gespannt, was der Eremit zu sagen hat. Hallo Miri. Hallo. Da bin ich wieder. Diesmal mit vollem Empfang, ich kann nicht so sehen und hören, Gott sei Dank. Und mit deiner Erlaubnis, würde ich gleich Schluss legen? Ja. Passt. Hier nun also mein Resümee der Sendung. Dieses Mal war die Literaturshow für mich eher eine bittersüße Erfahrung. Bitter, weil ich gleich zu Beginn vor einer existenziellen Krise stand. Und süß, weil mich tatsächlich der Grazer Stadteremet nicht nur aus dieser Sinnkrise herausgeführt hat. Gleichzeitig hat er mir auch meinen persönlichen Literaturbegriff verfasst und der geht folgendermaßen. Literatur ist nicht die Antwort, sondern die Frage. Und da bei Roboter mit Senf fast ausschließlich Fragen gestellt werden, könnte es von mir aus ewig so weitergehen. Ja, und das sage nicht ich, sondern der Grazer Stadteremet. Toll, Mann. Apropos toll. Frau Striegel, Herr Karsberger. Also an dieser Stelle möchte ich Ihnen einerseits meine innigsten und herzlichsten Grüße übermitteln und andererseits möchte ich Ihnen danken. Ich möchte Ihnen danken für die fantastischen Erfahrungen, für die profunden, tiefgreifenden Erfahrungen, die Sie mir ermöglichen. Ohne Sie wäre ich nicht der Mann, der ich heute bin. Danke. Vielen, vielen Dank. Ja, das war's auch schon. Und abschließend noch das obligatorische Haiku. Roboter mit Senf. Wann endet Literatur? Roboter mit Senf. Und damit verabschiede ich mich ins Literaturhaus. Okay, danke Martin. Ich bin mir jetzt zwar nicht ganz sicher, ob das jetzt heißt, dass dieser Abend lustig war. Aber ich würde sagen, es war ein positives Feedback. Das heißt, wir haben es geschafft. Dieser Abend war positiv. Großartig. Es war ein toller Abend. Auf der Seite gibt es noch den Büchertisch mit den Büchern von unseren Gästen, die nachher auch, glaube ich, bereit sind, diese Bücher zu signieren. Hinten in zehn Minuten Wirstel und Senf für alle, die Lust drauf haben. Es gibt ein nächstes Mal am 26.06. mit Judith Czolanski, Florian Klenk und Toma Gadi. Schönen Abend. Applaus 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 Vielen Dank.